es ist es geht mir so auf den sack wirklich im fünf minuten takt läuft irgendwas in diese dreckspace und greift irgendwas an meine ganzen fucking steinrohre sie sind alle ich schwöre euch ich werde dieses ding jetzt ausbrüten dann werde ich mein arsch hier von dieser base weg bewegen und ich werde nie wieder zurückkommen also der sieht süßer aus als die schweine die ich breeder ja ich habe ich erst habe ich glaube ich habe das überlebt existieren die noch sehr schön also der eine auto ist glaube ich jetzt ausgewachsen immerhin ja bis da das scheinhorn das immer noch nicht ready sehr schön das war ja eh eine nachtaktion ja chelsea ist jetzt auch endlich ausgewachsen haben wir schon diese gas pipelines gebaut noch nicht naja ich idiot habe ja den gas sammler drüben liegen lassen falls du dich erinnern kannst ich nehme den auf jeden fall wieder mit sobald wir dann dort hingehen aber ich würde für jetzt einfach schnell neuen bauen und den dann darüber platzieren gehen wo wir diese gas dinge haben sind die obere sind in der höhle nice lucky keine ahnung was meinst du denn diese für diese glaskugeln von aberration die sind in der cave jawohl dann gehen wir mit fledermäusen dorthin keine chance dann gehen wir nicht mit fledermäusen dorthin die sind die muss erst durchs wasser es gibt es gibt in der megalodon cave gibt es welche oh warte mal warte aber es gibt in der zwergenwelt gibt es auch welche ja genau also ich habe mir koordinaten rausgeschrieben weil wir waren gestern in der aberration welt und wir haben uns dort umgeguckt und wir sind keine also in diese richtige brechen cave sind wir zehn meter reingekommen dann hat radiation zugeschlagen und wir hatten gehofft dass wir dort irgendwo auch so ein gas ding finden aber da ist ja nichts dass die rock drag die du meinst ja genau 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 richtig dann gibt es noch mal hinten in der zwergenwelt ich mit meinen schluse müsste wissen wo sie ist ganz versteckten kleinen eingang da sind auch welche weißt dass schluse eine orientierung wie ein toastbrot hat oder backfisch aber das sollte sie doch wissen wo die wo die zwergenwelt ist die zwergen dieser riesen tempel ist da unten bei 90 15 ungefähr bei 90 es gibt bei 81 50 15 gibt das angeblich einer 81 50 und 50 warte mal ich kopiere einfach das ja das kann sein das kann sein dass es gibt zwei eingänge da rein diesen tempel und dann muss man über so eine das ist eine richtig schöne landschaft wo unten drunter aberration ist so auch mit so einem riesen skelett und da muss man sich aber nicht trügen lassen ist aber linken seite irgendwo ein ganz kleines loch wo man durch krabbeln kann beziehungsweise wo man durch fliegen oder laufen kann laufen ist das riesige skelett wo auch so ein wasserfall runter geht mit einem laub so alles in so einer orangenen lauboptik ich glaube wohl ich das gehört weil das ist asgard dann oder aktu meint ach so du meinst dieses riesen skelett nein 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 du musst dafür nicht reisen nein nein okay jetzt habe ich verstanden was du meinst du meinst dieses riesengroße ja ja weil sonst hätte ich mich echt geärgert weil da waren wir gestern können wir da fliegen ne ne nein mit also wir waren mit 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 flatte also mit fledermäusen unterwegs und mit fledermäusen kannst du fliegen dort okay aber ich habe im prinzipiell fliegen innenhöhlen deaktiviert das heißt aber ich glaube schlose meinte ja fledermäuse sind ja ledermäuse können das ja dankeschön für die zehn monate dankeschön die zählen als gleiter wie rockdrags deswegen geht das die haben auch nicht so richtig weiß ich nicht nein aber es ist ja nicht in der operation können sie nicht fliegen deswegen also ich weiß nicht ob es exklusiv nur fjordor ist weil auf ich weiß nicht ob der berni das sagt das so island auch nicht funktioniert wahrscheinlich ist muss man testen also funktioniert irgendwo wo man es braucht ich habe halt so bock dings dazu zu schalten aberration dann dazu zu ich liebe aberration so sehr aberration ist die fetteste mir was angeht wegen metal ja aber sonst ist so schön schön ist ja auf jeden fall aber ich bin ein orientierungsloses tostbrot mit diesen mehreren lebenden nicht anfangen es kann nicht sein dass ich gestern über 3000 metall gesammelt habe und jetzt wie viel also die metall barren fehlen für den marrying sattel den ich gerne kraften würde ich habe gerade ich habe gerade eine gas pipeline gebaut ich wusste nicht dass du einen sattel bauen willst du das tut mir sehr leid ich habe gerade das gas ding gebaut dachte wir setzen mich drauf und geht das bauen damit wir anzüge kriegen so ist das in einem so großen schwein es tut mir sehr leid aber es schweiz wir haben gestern auch noch geholt und wir haben dann ein kilo geholt also ich habe übrigens deine türen neu gesetzt das tut mir sehr leid ich habe schon als sie reinsetzte dachte ich mir hat pia nicht gesagt man kann die auch schön da rein setzen ich habe es gesehen und dachte mir okay das ist zu schief das halte ich nicht aus das untere vor allem ja es war komplett schief dann bin ich dann hingegangen und war es tut mir leid schlusser du wirst das nicht sehen aber ich muss das jetzt doch mal wegpacken im zweifelfall haben wir nie das was wir brauchen wir haben so ein richten wir haben einfach so ein richtig süßes schnabeltier wie viel babys kann das denn auf einmal breiten oder züchten oder wie funktioniert das hat es hat es hat einen radius und dem füttert es alle babys aber es kann vier in seiner solle tasche tun das heißt ich könnte jetzt theoretisch gesehen einfach drei ziegenbabys in auftrag geben und ne weil es gibt keine ziegen in die kleinen ziegen scheinhorns ja wir haben gestern wir sind ein bisschen eskaliert gestern und haben vielleicht vier oder fünf 145er scheinhorns geholt von denen zumindest ein pferchen gute stats hat also ja und bitte nur nursing effectiveness leveln bei dem jawohl überall stehen hier die nun haben wir haben hier noch welche aber meint ich stehe ich mal auf so ich wollte blue red und green die können sich nicht zeitgleich mit zwei partner das muss hintereinander passieren ich frage für ein freund ne eigentlich die können also beliebig viele weibchen mit einem mänchen aber nacheinander nicht gleichzeitig oder gleichzeitig gleichzeitig bis 15 fiecher meine ich mehr mehr sogar wir machen teilweise eine zu 400 ne oder eine zu die entfernung die alle nah genug dran sind gut dann möchte ich mit blue grey war das männchen ja ach so das ist das da weil von dem wollen wir eigentlich gar keine mehr außer dir gefällt die färbung von denen was mache ich später ist das eigentlich ist die nanny hier an weiß ich gar nicht also ich habe sie nicht manuell deaktiviert was hast du ich habe sie auf jeden fall nicht manuell deaktiviert auch wenn ich sie hasse weil ich noch nicht dazu gekommen bin die ist halt übel overpowered und eigentlich braucht also eigentlich gibt es keinen grund mehr sie zu nutzen oder zu aktiviert zu lassen jetzt wo es schnabeltiere gibt oder schnabeltiere und elixier halt ne so macht es ist eigentlich gleich mit der nanny so letztendlich ne ja also wenn man nicht bugs abuse dann funktioniert das elixier ja nur einmal das kein bug ist ein feature weiß halt auch nicht ob das mit dem cryopod auch geht oder ob das nur bei diesen die es geht aber nanny imprinted das macht die mehr oder weniger das machen machen die elixiere das mal das elixier von der fleder aus der gibt die 30 prozent impfen also würdet ihr die nanny rausnehmen das ist die andere frage weil ich bin immer ich sage immer im zweifelfall ja raus damit weil es zu leicht so man braucht halt sage ich mal oder lass es mich anders formulieren ich glaube bei einem madoc macht keinen unterschied ob er sich schnell beide viecher holt die es eh können und dann damit macht und bei spielern die noch neuer sind ist es auch nicht so op ihnen der nanny zu geben weil sie auch nicht wissen wie briten funktioniert und wenn ihr nie wahrscheinlich viel hilft also macht das einen balancing unterschied ob wir die jetzt drin lassen seitdem es diese optionen gibt wahrscheinlich nicht oder eigentlich nicht ich würde sie dann aber drin lassen und ich bin ich bin keine fan aber das ist ja nicht schlimm ja das heißt was jetzt ein gas kollektor und hallo der troll ich wollte ihn aber einfach sehr sehr nett so hinstellen dass in alle benutzen können in der hoffnung dass madoc ihn dann nicht einreißt ich weiß nicht ein wie reißt du nicht ein er räumt den immer nur leer kurz bevor wir den leerraum gehen ich frag mich was du damit wollt ich möchte mir streienanzüge bauen damit ich mir rockdrax wollen kann ach so ja ja muss man aber 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 ich habe irgendeinen anderen gegen gas werden zu kommen weil ich irgendwas nicht nur vor auf was mit extinction dazu kommen ich weiß nicht ob das ein grinder abgestellt ist wir haben noch kein grinder deswegen ja ich glaube dass das ist einfach so schon ist einfach mal die höhle an da unten links oder pia ja sehen wir ein bisschen was von der map sieht der streamen bisschen was von der map ich habe zwei zwei ziegen gebreedet also von den shinehorns die sind in zwei stunden ready ich habe das akustisch nicht verstanden ich brauche wir wieder da ja sie haben wir regular kippel negel leider nicht ich würde den oberst auch schnell einmal verpaaren damit wir vielleicht auch einfach noch ein pro was haben das ist nicht nah genug für sex wollte mich verarschen streng dich halt ein bisschen an ja ich habe gestern als wir den an kilo geteilt haben habe ich unser ganzes kippel für den an kilo genutzt damit das schnell geht ich habe aber die eier aus der alten base geholt das heißt wir haben zumindest eier technischen bisschen auswahl und auch das gemüse und alles hast du auch das jerky mitgenommen von da das hatte ich gestern schon mitgenommen ich habe nicht also es war auf jeden fall noch eines dort als ist da war ich weiß nicht ob schlöse danach noch mal dort war das weiß ich nicht ich habe aber was würde ich sagen genau ich konnte uns aber nicht tragen weil die eier so schwer waren und ich mit einer fledermaus dort war die hat zwar schon gewicht aber nicht genug wir haben vor zwei tagen gestartet also wird frei hatten nicht tatsächlich gemütlich spielen und wir haben eine modliste ich glaube die die mods haben mittlerweile sogar ein dings ja ein kommenter gemacht guten morgen stimmt die legen ja alle eier ja in der zahl ist schon zwei eier gelegt die blauen nicht ich dachte ja überlegen die legen auch überragende eier glaube ich seltener halt aber die legen alles ja so was zu haben auch erfolgreich gewusst da kommt jetzt auch liebe bei raus ich stelle die einfach alles was trächtig ist stelle ich einfach gemeinsam so in eine ecke auch in zwei stunden das ist ja mega geil das sind alles zwei stunden das heißt ich muss da gar nicht mehr drüber nachdenken auch in zwei stunden ja aber mein chat denkt da für mich mit oder chat denkt ein anderthalb stunden wird das hier noch genügend zeit hat fleisch zu fahren für oberste ach stimmt und ziegen ja okay dann nicht aber vielleicht trotzdem in den anderthalb stunden damit ihr noch zeit habt den rückweg anzutreten rechtzeitig ja ich glaube so lange wenn wir nicht brauchen wo es meine fledermaus ist die andere frage nein zähl ich jetzt kanus neben dem stegow ach gott ich habe gar nicht gesehen daher so du hast noch bären oder ziehen wir noch ein paar rein um sicher zu gehen und wir sollten auf jeden fall trotzdem dann noch mal mit der beeres sammeln gehen so ich bin bereit war ich noch ein schlück den 145er mehring nicht wieder holst du mehr wenig ich habe gerade schon eingeholt hans hat auch eingeholt aber ich hatte noch 145er gesehen durch beide neunziger gezählt sind die schnabeltiere oder wie holt man die ok dann ist das entspannt ja es ist glaube dass einer eines der einfachsten teams mit 345 netzern 34 feile und dann fünf minuten team ich muss mal ganz kurz gucken in welche richtung wir müssen oder hast du es im blick im blauen opi gut ich denke nicht mit wenn du das machst dann machst du das wo bist du da drüben das schöne finde ich an den fledermäusen ist dass die so ein einzigartiges flug pattern haben dass wenn ganz viele sachen gleichzeitig starten weiß ich immer genau wem ich hinterher muss weil man das einfach ganz klar kennt was davon die fledermaus ist ok ich habe verstanden dass ich den gas sammler nicht setzen kann ich versuche auch gerade gar nicht mehr den zu setzen so nein nein niki ich muss noch mal zurück was hast du vergessen ich habe meine ich habe mein pilzholz in der fledermaus gestern liegen lassen ich warte unten an dem stein wurde vom wasser das heißt wir müssen demnächst aufpassen wo wir hinfliegen ich habe einfach den besten chat überhaupt denkt ihr dran dass die flug des flugsaurier sechsmal schaden von torts kriegen ja ich habe es wichtig zu wissen ob die fledermäuse flugsaurier sind also ganz grundsätzlich wäre es dafür erstmal gut zu wissen wo überhaupt dann turrets stehen ja guck mal ich geh zu meinem gas ok doch kein gas ich habe keine ahnung wo du bist niki aber ich habe knallroten alpharex gefunden ich sitze an dem stein vor dem wasser wenn du von unserer base direkt zum blauen obi fliegst der blaue obi ist das beim eis ding ne ja ja perfekt dann fliege ich in die richtige richtung dann lass uns drüben beim eis ding treffen weil ich weiß nicht wo du bist okay federmäuter sind schon echt cool hallo gucki ein wunderschönen morgen die mob kannst du dir einfach im stein workshop runterladen aber du musst halt ag über steam haben damit du mord drauf haben kann generell stream ich würde euch immer raten euch alle spiele die man theoretisch modden kann über steam zu holen und nicht über den epic games launcher weil der epic games launcher keinem keinen mod support hat und du dann einfach nicht modden kannst und das ist halt schade hallo golleran und hallo ferry bitte jetzt jetzt beim eisgebiet auf dem stein ja ich bin auch gerade beim eisgebiet ich habe nur dazwischen gelevelt auf offener see hast du ein gps dabei ja auf jeden fall aber ich würde dich lieber finden als zu denken ja aber da kann ich ja auch das gps benutzen wenn du mir sagst du möchtest mich finden das klingt nach einer guten option 55 33 auf der konsole gibt es glaube ich auch keine mords leider falsch auch epic unterstützt mord nur halt bei sehr vielen wenigen spielen epic unterstützt mords bei welchem spiel das können wir machen dann muss ich nicht denken und du auch nicht die alte base finde ich glaube ich ich habe die base jetzt kann ich auch gucken ob wir hier noch chief berg beef jerky dings haben chief jerky wir haben noch drei räucher filet ding hier da haben wir noch mal elf und 26 ja doch wir haben hier einiges auf jeden fall noch an beef jerky dings soll ich das mitnehmen dann packe ich alles in kühlschrank und holst dann auf dem rückweg sind 41 auf jeden fall eins von diesen special dingen und 40 von denen standardmäßigen standardmäßigen es ist erst mal einfach zum blauen obi fliegen ich glaube aber du kannst die meisten spiele bei epic dann extern über nexus modden aber der workshop von steam ist schon nicht nice also ich musste bei meinem server angeben ob ich leute von epic games launcher zulasse auf dem server und wenn ich da ja gedrückt hätte hätte ich den server nicht modden können okay weil epic games launcher die mods die quasi der server unterstützt nicht unterstützen also ich glaube man macht sich das leben mit epic games launcher was das mod was mods angeht das leben sehr viel schwerer nein aber meine fledermaus fledermaus heißt blatt also es ist zumindest close das übelwerk ja da hat das übelwerk da ist so ne dings die ich noch nicht hab eine rune eine rune rune ja ich ich schreibe mich kurz in den blauen drop äh in den blauen obi aber wir müssen einfach dann noch ein stück weiter in die richtung hast du pelz an ein piece glaube ich frierst du hier schneeflocker ok ok wir müssen glaube ich einfach nur ein stück weit in die richtung ich hoffe es wird nicht noch kälter ich hoffe in der hülle ist es nicht kalt also ich habe immer noch nur leder an ich habe kein einziges pelz piece und ich habe schneeflocker im fein aber wenn es jetzt noch kälter wird bin ich nicht mehr fein wir haben es jetzt 12 uhr also wird erst später dunkel kalt ja bis dahin sind wir hoffentlich wieder weg wir müssen jetzt einfach mal noch ein stück nach süden fliegen das wird nur wecker boah ich will auch Milchreis holy shit uh welches level hat der gucken gott von flugviechern mit dem fernglas runterschauen ist immer noch so scheiße vor allem von fledermäusen weil die ohren einfach die sicht versperren ich habe den eingang gefunden yes ohne ohne ich habe sie nicht jetzt so wenn das der falsche eingang ist haben wir ein problem das ist ja richtig der ereborn the fuck ich weiß nicht ob es der ereborn ja aber es sieht übel geil aus ok hier kann man drachen spawnen ballrock hinter der nächsten ecke wird es euch verraten es wäre nicht so schön bitte kein ballrock also ich habe jetzt glaube ich ok das ist moria das ist safe oh mein gott das ist einfach komplett du kannst nicht vorbei brücke ich glaube das meinte schluse mit der bairoc an der nächsten ecke wird es uns ja das sieht übel cool aus das ist auch die cave wo der geheimen eingang ist und der geheime eingang zum ereborn oder nein zu der aberration welt ah unabhängig von der aberration welt gibt es eine extra aberration welt da unten warte geil ich glaube ich habe hier den eingang gesehen also wenn du durch das tor wo die lava rutter fliehen fließt ist hier noch ein eingang ich glaube das ist der andere ausgang ich glaube hier ist der andere ausgang wir spielen fjodor ja ich guck ich will nur gucken ja der spricht freund und tritt ein das ist fucking mordor auch mit den säulen und so weiter finde ich den seiteneingang wo wo die toten zwerge liegen in die gruft ist das die gruft irgendwo ist der glaube ich also hier ist ein seitending das wäre so eine tür ja was habe ich gesagt ich habe mordor gesagt ich bin einfach ich bin noch nicht wach bear with me moria kasadun da ist auch richtig viel gold ja die zwergenstadt das ist geil holy shit sind das kleine fledermäuse oder sind das große fledermäuse also im verhältnis zu oh es sind große oder nein es sind kleine au es tut weh ja die greifen den ja aber wir können die ja töten nein bitte nicht aber ja könnten wir aber warum sollten wir ich muss meine ausdauer ist gleich weg ich mache es gleich ausdauerrecken warte ist hier das ding wo zwergleichen waren ich glaube wie lange verfolgen mich diese fledermäuse denn frage für einen freund ich weiß es nicht ah ok sie haben nichts verloren wir sind links unten ich kann dir die koordinaten genau geben wo das ist weil ich habe keinen wir haben keinen spielmarker an ich habe vergessen den gestern zu aktivieren das sind die koordinaten wo wir gerade sind gab es in moria nicht hauptsächlich mit riel statt gold ja aber mit riel gibt es in arg nicht mit riel super antwort ja aber was sollen sie denn machen also sie haben halt eine wichtige ressource reingebaut aber es gibt halt kein mitril ne gold mini ist ja nicht so abwegig ne ja zumal es in den meisten zwergenstädten gold gab aber gold hat also mitril ist halt das wertvollere ernst deswegen hat man wahrscheinlich die meiste zeit über mitril gesprochen das heißt nicht dass es kein gold gibt dort dankeschön oh gott ich habe mich gott ich habe mich richtig erschrocken wegen deinem schatten ich dachte gerade eine sekunde lang und nicht dass die hier einen höhlentroll eingebaut haben und in der sekunde wo ich das gedacht habe habe ich deinen schatten gesehen und dachte mir oh ja dankeschön wegen dem sap vielen lieben dank simon danke 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 schön ich muss nur sagen dass ich aussehe wie troll dein schatten bisschen wie ein höhlentroll auch deiner der weg trolle sind ein bisschen hübscher aber nur wenn er melonen schnapps getrunken hat ich habe angst vor dem loch hier das sieht sehr sehr cool aus ey holy shit hier ist irgendwie ein loch mit wasser was ziemlich ziemlich schwarz ist ja das ist nicht der eingang also jetzt keine ironie das ist nicht der eingang du musst weiter gucken du bist schon zu weit danke schön leila für die 13 monate und den tier 2 also ich bin auch 35.000 mal dran vorbeigeflogen ich weiß nicht mehr wo es nach zurück geht um ehrlich zu sein aber ich glaube ich hier ja es sieht schon sehr sehr cool aus ha da ist was ich hab's meine tür was soll ich fliegen wir kommen jetzt raus nein das ist es safe also gerade wenn medox sagt er ist da ewigkeiten also ewig oft waren vorbeigeflogen dann wollte ich mir gerade erklären dass ich an der tür vorbeifliege ja ein geheimer eingang das also hier ist schluss das könnte natürlich das könnte natürlich aber das als ob als ob es ist wirklich hier zu geil ich hatte recht ich freu mich gerade sehr holy shit ach ne wir sind wieder hier ok nevermind nein das ist im kreis ne das ist aber was anderes ne ne hier war ich schon und das ist gut nein das ist im kreis ne aber das ist so ein das ding gibts da nicht das sind die minen jetzt also da wo also wenn wenn wir jetzt wieder hier fliegen kommst du äh kommen wir wieder in die halle das sind wo du vor den aber das war ein anderes ding oder nein das ist es nicht hier sind aber Alontopleuris dings da am boden ach es ist wirklich einmal im kreis fuck aber es ist trotzdem geil ja es ist trotzdem geil dann hatte ich nur fast recht aber fast recht fühlt sich auch gut an ich glaube wir müssen das operation ding zurück ich weiß halt nicht wo du ah da hinten ne das ist ne kleine flittermaß ups die sehr nah dran ist einfach da draufs weiter ich bin mir halt nie sicher in welche Richtung geradeaus bei einer Halle die zwei Eingänge hat jawoll hab ich richtig das schon sehr geil gemacht den wir reingekommen sind Dankeschön Alter für die fünf Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin Dankeschön um ehrlich zu sein weiß ich nicht mehr wo wir reingekommen sind bei der Brücke ja das ist das weiß ich aber ich weiß nicht mehr wo die war jetzt hier das ist mir bewusst aber ich meine als wir da in der Hauptthalle waren da müsst ihr suchen ich glaube ich sehe den ist das da unten ist das hier oder ist das genau so painful wie ein Asgard dass alles aussieht wie ein Eingang oh hier sind Seeker sieht einfach alles aus wie ein Eingang also ganz ehrlich das ist eine der schönsten Maps die Ark zu bieten hat das ist echt krass wie viel Fehlseitigkeit die mitbringt holy shit hier ist ein Eingang ne ist das ein Eingang ne das ist ein Unterdurchgang ne das ist ein Asgard weißt du wie ich das erste Mal ungefähr sieben Jahre nach dem ersten nein nach dem einen Aufgang in Aberration gesucht habe wie man es ans Surface kommt Same ja man und dann kommst du hoch und wirst gleich verbrannt und denkst du na toll wo war der jetzt ich habe einen Eingang zu irgendwas gefunden äh zucki Niki bist du auch beim Eingang ich habe keine Ahnung wo du bist okay äh flieg mal hoch zur flieg mal hoch dass du über der Brücke schwebst jo und jetzt guck warte mal flieg mal noch ein bisschen höher siehst du mich flattern? ja ich muss kurz da mehr rein jawoll der Eingang ist echt schwer zu finden 45er Maring ist gonsen ich habe ihn jetzt siebenmal über den ganzen Redwood geflogen und finde ihn nicht wieder hast du mal geguckt? ich glaube schon oder? das sieht aus als würde man zu so einer heimlichen Weed-Plantage fliegen Entschuldigung mit den ganzen Gründigern gut dass wir keine Leuchtviecher dabei haben sonst hätten wir die ganze Zeit Zeeker am Arsch aber die kannst ja abschalten die Leuchtviecher oder? ja so ja diese Option haben sie aber auch rausgenommen dass du das mit T pfeifen kannst du musst immer absteigen jetzt und selber rangehen nein du kannst das mit T pfeifen nein ist raus aber mit Applaus geht das mit Applaus? ja mit dem Applaus-O-Mode quasi glaube ich war das okay Applaus oder Klatschen eins von beiden ist das verpackt oder was? weil vorher gab es ja so ein Ding dass du da extra ja das heißt auf Aberration einfach anders achso ja ja das heißt auf Aberration heißt es Licht an oder Licht aus und hier ist es quasi Applaus oder siehste man lernt nie aus ja wir haben gestern rumprobiert mit den ganzen Scheinhorns ah weil wir zu viele haben das kann ich mir gar nicht vorstellen wie man zu viele Scheinhorns haben kann oder Bulb-Docs oder Glow-Tails oder dass du sucht die also komisch oder Madoc also hier ist auch eine Alpha-Kan-Krappas also Kap 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 oder Alpha-Krappas und ich hab denen noch nicht die Scheinhorn-Cave gezeigt und die Bulb-Doc-Glow-Tail und Featherlight-Cave ich seh dich ich komm mal oh ein 140er oh den brauch ich auch noch oh ein 140er den brauch ich oh ein 150er so ging es mir gestern auch mit den Dingern bitte nicht sterben oh Gott da fehlt ja Sauerstoff ja du darfst nicht in dem Gas drin sein während es rausschießt das hab ich vergessen deswegen place mal schnell das Ding drauf wenn du kannst dann passiert das nicht nochmal ja das mach ich auch gleich ich war nur gerade dran während das Gas raus geschossen wurde ja same ist zu nice zu geil dann legt schon mal ein Conceit da wenn du das aufheben dann wird das schon wieder auf dem Vogel geil, 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 geil Dankeschön, Hops Universe vielen lieben Dank für den Sub und ganz viel Spaß hier weiter, Dankeschön, Dankeschön zu viele, ich kenn dieses Konzept nicht, kann mir das einer erklären also zu viele Scheinhorns wäre das Konzept, wenn die anfangen, deine Dinos weg zu sterben weil du so viele Scheinhorns hast, die alles fressen an Nahrung, die du hast und oder der Server leckt das wäre zu viel so sollen wir uns hier noch ein bisschen umschauen ja dann können wir nämlich noch ein bisschen warten wegen den Pellen mitnehmen, genau so vielleicht finden wir hier Plant-Z-Samen hier ist noch ein Gas-Ding und hier warst du mehr als eins mitgenommen? ne, weil wir nicht genug Metallbaren hatten und ich wollte Schlusse das nicht antun, dass ich noch einen Metallbaren auf den Klaue ja aber wir haben ja sogar noch einen gebautes ähm, ich hab's nur bei der Drake, also bei der bei der Rock-Drake-Cave fliegen lassen gestern wir haben dort so eine Mini-Base gebaut, wo man respawnen kann mit einem Schrank und das Element Rocks? bitte? das Element Rocks hier in der Höhle ich hab's nicht gesehen, ich weiß nicht wo du bist diese blau durchzogenen Steine, aber es sind Metallsteine nein nein die sind's Element Rocks? nein so wenn wäre es dann ja, ähm, Element Ore, ne? ja, genau die findest du hier auch, aber nur in der Moza Cave viel Spaß nice ja, und da die Map so übertrieben mit Alphas ist hast du da unten zu 80%, oder sagen wir 75% Alphamosas richtig pain das klingt wundervoll oh, wer war denn in der Fledermaus-Höhle und hat die ganzen Fledermäuse rausgezogen jaja, genau Pia, warum stehst du da in der Luft? ich schwebe nicht ich existiere bei mir schwebst du in der Luft, ich weiß nicht ob das gut für mich oder schlecht für mich ist oder gut für dich oder schlecht für dich ja, danke schön ich häng kopfüber mit der Fledermaus an der Decke ok ich seh nämlich keine Fledermaus immer noch nicht? nein ich seh dich gar nicht, by the way warte Leute, du bist hier äh, andere Richtung hier gibt es halt übel viel von diesen Gas-Dingern also wir können das eigentlich komplett zuklastern dann haben wir richtig viel Gas das bist du doch, oder? also ich bin nicht bei dir ich bin, ah, jetzt hi ok bei mir ist dein, äh, bewegt sich deine Fledermaus alleine und schwebst sie hinten in der Luft ok, nevermind, das bist du nicht mehr da jetzt bist du wieder auf deiner Fledermaus sehr gut so 10 in der Zwischenzeit ähm, die Frage, die sich mir grad so ein bisschen stellt ist lernst du den Strahlenanzug, oder lerne ich ihn? hm hast du ne, den kann ich ihn sogar schon, warte kurz ok ich kann ihn schon ja gut das heißt, wir brauchen, damit wir beide da runter gehen können brauchen wir ja, ja genau 45 plus 15 sind 16 plus 30 sind 90 ähm, dann haben wir 110 125 250 von den lila bellen das heißt, ich hätte vorgeschlagen wir fliegen zurück bauen noch zwei von diesen Gas-Catalyzern und oder wir teleportieren uns von hier schnell rüber zu Aberration und holen den einen, den wir ja dort liegen lassen haben ja ja, können wir machen sind die Spawns von dem teleportieren genauso, ich sag mal konstant wie in Genesis 1? ja wir werden's rausfinden ok das heißt, man könnte auch eine Base einfach an das Ding, wo man hin teleportiert oder den teleport nein wir müssen hier hin guckt mal Chat wir sind cool das wird gleich wieder so laggen bei mir hallo Mojo ja, wir haben ein bisschen Tempo nicht extrem viel aber ein bisschen Tempo und einen wunderschönen guten Morgen ähm ähm, ups ich bin auf deinem gespawnt da haben wir hier Strom gebaut wofür? ach so ja, ich bin erstmal wieder raus und muss arbeiten bis heute Abend vielleicht bis heute Abend tschüssi 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 so, welcher ist der richtige? ähm der andere, ok Hallo Koyukin, hallo Psychonauts, hallo Flecha. Die Map ist wunderschön. Es ist mega, mega krass, wie schön diese Map ist. Das haben wir uns gestern schon mal angeguckt und wir haben ein bisschen so geguckt, wo wir wann, wie, wo dann hin müssen, damit wir heute Rockdrax holen gehen können. Fjordor ist das. Tyler Rames. X-Shit, oh meinst. Wenn ich mir anschaue, wie viele Shadow Mains hier rumlaufen, bin ich super froh, dass wir hier bereits respawnen können. Viermal. Warte, wo war der Höheneingang nochmal? Bin ich falsch geflogen? Ich glaube, du bist falsch geflogen und ich bin dir richtig blind hinterher geflogen. Sehr gut. Ist der ganz im Süden von dem Ding? Ich glaube, der ist ganz im Süden von dem Ding. Ich habe absolut keinen. Ach, da habe ich schon. Okay. Ja, pass mal auf, dass du nicht geblitzt hast, was für einen Shadow Mains. Dann wissen wir zumindest, wo wir hin müssen. Die Fledermäuse haben massive Vorteile gegenüber AGs, ja. Also erstens kannst du mit denen dann viel mehr Orten hier auf der Map fliegen als mit Agentarwissen, weil sie nicht richtig als Flyer zählen, sondern als so Flyer plus, wenn man möchte. Das ist so dieser erste Aspekt. Zweitens hast du Nachtsicht mit ihnen. Du kannst dich unsichtbar machen. Du hast Live Leech, mit dem du Blut ziehst aus deinen Beutetieren. Aus diesem Blut kannst du dann im Inventar von der Fledermaus solche, so ein Blutelixier machen. Was, glaube ich, ein Heilungsding ist, ne, wenn ich das richtig genau... Ne, ne, Blödsinn, das ist das Imprint-Ding. Imprint und Taming. Imprint und Taming-Ding. Und dann hast du einen Schrei, mit dem du mehr Schaden machen kannst. Du kannst trotzdem Sachen tragen. Du kannst ein bisschen gleiten. Ich habe hier unsere Base gefunden. Geil. Also, die sind schon ganz cool, die Viecher. Also, Agis sind auch nice. Aber Agis machen halt andere Dinge. Agis sind meiner Meinung nach Farmtiere. Und das hier sind keine... Also, schon... Also, Agis sind halt Dinge, die du machst. Also, nimmst, wenn du Metallfarmen gehst oder Holzfarmen meinetwegen, bis du andere Sachen hast. Oder um Dinge von A nach B zu bringen. Weil der größte Vorteil vom Agi ist, dass er halt... Live-Leach hat... ... sehr viel tragen kann und ordentlich Schaden macht. Weswegen du echt relativ sicher dann, wenn Anki und Dödi unterwegs bist. Die Viecher sind schneller, angenehmer, machen mehr Schaden und Co. Du hast es schon rausgenommen? Ja, hab's mit. Dann... Wieder zurückteleportieren, oder? Ja. So, vielleicht finde ich diesmal einen besseren Teleportpunkt zu unserer Base zurück. Wir wollen ja nicht zur Base. Wir wollen ja runter und den zweiten Guest-Analyser auch platzieren, oder? So... Dann teleportieren wir da mal runter. Ich hoffe, ich habe das richtige ausgewählt. Nice. Man kann von der Fledermaus auch Waffen benutzen? Ja. Stimmt und der Sattel beim Agi ist eine Werkbank. Das ist auch ein großer Vorteil. Aber ich würde auch sagen, also, Agi ist so mein Choice, wenn es um handwerkliche und bautechnische Dinge geht. Aber so wie jetzt, wenn wir so Expeditionen machen, wo wir nicht wissen, ob wir in Höhlen rein müssen oder so, finde ich die Fledermaus viel geiler. Auch, weil du dich einfach irgendwo an der Klippe dranhängen kannst und dabei halt Ausdauer regenerierst, weil wir das auf dem Server so eingestellt haben, dass du halt in der Luft keine Ausdauer regenerieren kannst. Ähm, ist das, finde ich, auch sehr, sehr cool, weil du damit einfach recht sicher unterwegs bist. Wo zur Hölle sind wir? Wo zur Hölle sind wir, ist eine gute Frage. Aber ich glaube, wir sind richtig. Wir müssen noch Noten fliegen. Hm. Ne, ne, wir haben noch keine Max-Level-Fledermaus geholt. Aber das könnten wir heute noch machen, auf jeden Fall. Ja, wenn wir eine spawnen. Hier ist noch so eine Glyphe. Ich hab dich jetzt in den Augen verloren. Ach da. Und da hinten. Aber hier ist auch ein Raptor, also Achtung. Ich denke, wir werden jetzt eh, wenn wir diese Gas-Dinger platziert haben, werden wir die eh erstmal ein bisschen stacken lassen müssen. Ich hoffe, dass wir das rechtzeitig, also dass das sich ordentlich hochstackt, damit wir heute noch einen Rock-Drag holen können im Stream. Das wäre übelgeil. Aber morgen habe ich nicht so viel Zeit. Ähm, dann kann ich nur abends spielen. Wo war der Eingang zu der Höhle nochmal? Sind wir schon hier? Ja, ich glaube, wir sind richtig. Aber ich weiß nicht mehr, wo der Eingang war. Irgendwo. Ich hab dich halt komplett verloren gerade, weil ich einfach weiter geflattert bin. Ich muss grad noch ein Stück nach oben fliegen. Oh, wir müssen einfach ein Stück in Richtung Gau, okay. Jawoll. Vielleicht an dieser Stelle ein kleines CTA, ähm. Guck mal. Was? Ja. Hier. Ja, doch. Oh, hier ist kalt. Ja, sehr kalt. Das wird in der Höhle nicht besser, oder? Ich weiß es nicht. Oh, doch. Hier ist schon entspannter. Aber wo ist hier der Eingang? Dankeschön der Shane für den Prime Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Äh, genau. Was ich noch ganz kurz sagen wollte. Ich möchte euch einmal den freundlichen Hinweis dazu geben, dass es nur heute eine sehr krasse MSI Amazon Aktion gibt. Ihr habt mit sehr krassen Rabatten auf Amazon Laptops, äh, ihr bekommt Amazon, äh, äh, Amazon Laptops mit sehr krassen MSI Laptops bei Amazon und die Laptops, um die es geht, waren actually noch nie so krass runtergesetzt. Also, wenn ihr einen Laptop sucht, dann würde ich euch raten, heute einmal ruft sich eine MSI Aktion in den Chip zu schreiben, dann kommt ihr dort zu der Seite. Ja, ich, ich hab den Eingang wieder gefunden. Ja. Soll ich dich irgendwo abholen? Ich bin da. Ich bin dir ganz frech nachgeflattert. Ich häng mich nur ganz kurz an die Decke. Und Level. Das Viech macht so viele Level gerade bei dem Trip, äh. Ja, das sind die, die Glyphen. Aah, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich hab's schon wieder gemacht. das ist nicht zufällig im bett dabei es ist richtig immer wenn ich kopfüber wo dran hänge glaube ich dass ich mit e wieder runter kommen was ja sinn ergibt weil von dem dino runter kommen ist auch eh aber nicht von der decke von der decke runter kommen ist nicht eh die frage ist also kannst du das eben alleine platzieren und wird der federmacht zurückkommen ich habe einen cryo pod mit tatsächlich ich habe also nicht war nicht ganz dumm dann würde ich jetzt bei uns in der burg respawn und würde mir flugleiter ja ich habe es vergessen dass das sinn machen würde aber ich habe mich jetzt daran erinnert die liegt direkt unter dem ja aber die hat wieder matsch gemacht aus jedes spiel du bist wieder über den ganzen boden verteilt sehr schön hans ja magst du mir so ein gleiter bauen du kannst du ne weil ich kann den nicht dankeschön so ein bisschen pia fleisch lecker für die rückfahrt liegt drin das nächste mal wenn ich ihr drücke werde ich nicht sterben was muss ich noch mal drücken um das ding zu aktivieren leertaste während du fällst das heißt ich habe dann noch mal eine zweite chance leertaste zu drücken quasi was mit was für rüstungen läuft jetzt eigentlich alle rum also ich würde dir empfehlen das liegt ein blut für eine flak rüstung ja stimmt in dem fabricator wenn wir genügend metall haben stell dir die her und pack den gleiter darauf weil er zieht ja durch den besitzt liegt inzwischen der werkbank und die liegt in der werkbank und sonst ein piece meinte das meinte dieses goldene ding meisterhaft meisterhafte flak rüstplatte jawohl dann wie mache ich das denn ich ziehe einmal die sachen ran und dann herstellen ja so einmal mit rechter das hast du drauf sind die chip ist noch an der alten base wer hat nun schiebe ist und hat die dinger da die man zum leben braucht ja aber wir hatten haben wir irgendwelche außer die die voll sporn schiebe ist für von genesis 2 ich weiß es nicht muss ich jetzt der skins an machen und werden holen ich habe glaube ich keinen weggelegt ja ok dann kriege ich mich schnell ähm die folge zur wahl bei items war das geil jetzt habe ich eine flak rüstung und keine hose also ich trage gerne immer einfach eine pelzhose weil die halt am meisten installation gibt und dann so viel flak wie möglich und dann halt ein bisschen gilly oder wüsten rüstung du machst so eine mischung draus ne ja dass ich so von allem ein bisschen habe und nicht komplett sterbe das wilde obis für das wir gestern keinen kuchen hatten läuft übrigens immer noch hier rum das was weiß aber nicht das bedeutet wir könnten immer noch ein fleischfresser recht gut themen gerade ich hab nicht auf speichern geklickt also irgendwo in der höhle steht jetzt noch ein zweiter gas kollektor ich habe aber den ersten verloren und den zweiten den ich gerade geplaced habe schon wieder die höhle ist nicht so groß das klingt wundervoll warte ich muss ja nicht mal hinfliegen ich kann ja einfach in der linie sein und das brüllen oder warum kann ich das nicht herstellen den pelz obwohl ich an dem ding dran stehe hast du eben blucken gelernt muss ich doch nicht wenn ich das nach einem nach einer blaupause baue oder ist das eine blaupause das ist eine blaupause aber trotzdem lässt dass mich nicht machen das sind aber die nächsten keine blaupausen der zeigte bloß quasi das alles an was auch lernen kannst aber da steht in gramm bauplan ach so in gramm bauplan pia lesen würde helfen kann jemand von euch die schon könntest du mir einmal auf bauen drücken das wäre sehr nett dann spare ich mir da die engram punkte noch irgendwas ja ich bräuchte noch schuhe und jetzt ja ich würde schuhe handschuhe also alles was wir wenn wir genug haben schuhe handschuhe und mütze ein pelz nehmen okay für die mütze müssen wir kurz warten beziehungsweise die mütze kriegen wir glaube ich nicht mehr wir haben doch schaue schade die doch einfach die werden automatisch geschert glaube ich durch wie viel ich habe halt vorhin meine haare erst rasiert deswegen kann ich leider okay wann er denn south south east ist unten bei der aberration k maybe a south south der nächstes von uns teleportieren so aber ich krieg jetzt wieder mein schiebe jetzt ist es gerade nicht gespawnt ich nur ein charakter machen nein was die voll survivor items ja ich habe auch die skins aber ich habe kein gb ich habe auch kein ich habe auch kein chibi braucht man einen chibi es ist nützlich ja also die geben die halt extra level wenn also die level ja auch wenn du etwas tötest und dann geben sie wenn sie level aufsteigen kannst du ein extra level alphas tötet wer macht denn sowas ja wir müssen etwas töten für bosse ja wie komme ich denn dann daran wir haben extra sogar eine mod die auszustellen also du kannst dir auch random 1 einfach herstellen wenn du willst okay wie geh mal in den kompott da sollte das ich glaube das war alles was jetzt in deinem viel drin liegt dankeschön das einzige was ich noch hatte war ein fernglas aber das kann ich mir neu bauen das ist das habe ich eigentlich auch rein kann sein dass ich es aus vorsehen schon in dieser werkbank gezogen habe nie habe ich nicht du hast noch sachen reingepackt nachdem ich nicht mal eingeschaut habe das so was sagt denn wir haben noch ewig zeit bis da die babys kommen geil okay du mussten ist los gucken potter für glaube ich machen ja ich brauche ein wo sind die dann irgendwo ich sehe gerade keiner ist das genesis only ja irgendwo konnte man chibis herstellen ich mir zu 100 prozent sicher aus primate jerky kann ich verstehen scotch aber auch wir sind keine anfangen mehr in dem spiel das wird leuchtende leuchtende ziege ja brauchen wir nen männlichen kanu damit weibliche kanu eier legt warum sollte das so sein weiß es nicht hat kann oder eine sonderregelung im verhältnis zu anderen dinos nee ist es bei es ist bei den us so ist die frage ach so die legen die weibchen liegen auch so du brauchst nur ein männchen wenn du verfruchtete eier basteln möchtest das finde ich nicht gut lauren dubell schreibt chibis kopf doch bei kopf kochtopf bei events außer ihr habt einen extra mod dafür das hat das drin dass man im chibi irgendwie erstellen kann aber bei dem kochtopf steht nur inventar keine events wie kommen wir dann daran hallo dann ist es aber erstellen wird es aber hat uns in a bild hier gibt es sich eine andere möglichkeit können auch einfach sachen weiter töten also ganz grundsätzlich gesprochen ich permaban aus meinem stream generell klugscheißer und ja ich hab so viel ahnung und so weiter weil ich sowas ultra anstrengend und unangenehm finde also ich finde es gerade bei arg finde ich es halt übel unangenehm wenn man dann die ganzen leute drin hat mit ihren 6000 stunden die einen machen auf ihr seid alle anfänger ich hab so viel ahnung ist das einfach nur anstrengend also das heißt nur dass ihr euch nicht wundert wenn ihr solche kommentare bei mir dann schmeiße ich euch raus weil ich es einfach nur nervig finde ganz grundsätzlich gesprochen mit 1000 stunden in arg bist du kein anfänger du bist in keinem spiel ein anfänger wenn du tausend stunden hast wenn du tausend stunden deines lebens in ein computerspiel investiert hast dann bist du in diesem spiel kein anfänger das de facto ist das nicht so wenn du die letzten zwei jahre keiner gespielt hast dass du teilweise dinge vergessen wenn du das erste mal auf einer map neu startest so wie wir das gerade machen dann musst du dinge erst zurecht finden das sind dinge die sind okay und die sind fein und das ist total cool wenn ihr super viel erfahrung habt und 20.000 stunden gespielt habt und pvp und keine ahnung was niemand in dieser in dieser in diesem clan oder auf diesem server sagt dass er ein profi oder keine ahnung was ist aber ich habe überhaupt keinen bock darauf wenn sich leute dann in meinem chat versammeln um ihren imaginären arg penis zu vergleichen und das bedürfnis haben allen auf die nase zu binden wie krass sie ja sind und wie wenig ahnung alle anderen haben bitte geht dafür in irgendeinen stream der sich dafür interessiert davon gibt es genug ich möchte das gerne von anfang an hier unterbinden weil ich auf diese art von schwanz vergleich wirklich gar keinen bock habe wir spielen dieses spiel aus spaß und aus freude wir kennen das spiel ich möchte nicht gebackseated werden ich habe 1000 stunden in arg ich weiß sehr viel über arg ich weiß nicht alles über arg ich kenne auch keinen spieler der alles über arg weiß und ich kenne leute die haben 15 stunden 15.000 stunden in dem spiel und es ist okay und völlig fein wenn man eine map das erste mal spielt oder seit langem wieder reinguckt und dinge nicht weiß man braucht im chat niemanden der sich geil fühlt weil er mehr ahnung hat cool ansage ende und jetzt lasst uns bitte wieder chillen vielleicht ist das irritierend nein das wollte ich nicht geben dann gib mir mal mein skin zurück das ist der einzige der garantiert ist ich kann es gar nicht in offhand tun also wir spielen arg wir spielen arg was ist hier gerade falsch zu gehen dass es nicht installiert nun so muss ich das installiert haben also das hätte ich aber auch nicht gewusst dass du dass die installiert haben was ich dachte das zu besitzen reicht die andere frage ist warum lädst du arg runter und dabei nicht alles das 400 gigabyte sind hat das mehr als 12 52 gigabyte unterschied ist ja und ja das dauert bei mir ja aber über nacht wir spielen ja nicht den ersten tag gerade gut wir spielen ja die ganze nacht aber darum geht es nicht ja ich habe erstmal die nur die wichtigsten maps ja das klingt großartig wo haben wir denn unsere waren wir denn unsere netzkanone falls wir die gleich machen wollen das ist natürlich richtig ich packe steven schon mal ich habe keine ahnung in irgendeinem schrank habe ich gesehen also habe ich zumindest netz dinge gesehen oh gott wir haben so viel chaos hier aber das ist okay gut dann lege ich den chibi auch wieder weg die frage ist halt wo ne also in der werkbank ist es nicht ah hier haben wir es mit hast du das blut von meiner fledermaus noch im inventar oh wir haben sehr viel blut im kühlschrank wir haben erst genug blut um alles zu machen worauf wir lust haben kann sein ich habe 350 in meiner federmaus kann sein dass deines dabei war ich habe eine box mit um die sachen draußen hin zu platzieren also vielleicht ja wollen wir einfach mal das wo unser bett also die plattform auf dem unser bett steht zum richtigen dick machen dass da nicht raptoren spawnen die uns spawnen kämpfen ich nehme sachen mit und ich denke diesmal besser mit als gestern mit dem rechnen meinst du nimmst nicht nur vier wände mit vier plattformen aber ich denke gerade auch jetzt schon wieder nicht jetzt würde der chat gleich wieder sagen ich bin ein anfänger weil ich zweimal gucken musste in welchem inventar ich baue wir haben kein holz ich kann nicht glauben dass ich das sage aber wir haben kein holz ich gehe kurz holz wollen wir könnten uns heute auch auf jeden fall ein bieber holen ich bin größerer zu tragen gerade mit agis ich hole euch gleich wir waren sondern ja ich bin voll team wir waren ich hätte halt also wir haben jetzt gerade noch immer ein lamm hier dass wir quasi verfüttern können das heißt ich könnte nochmal ein griffen pullen weil es mit dem griffen entspannter ist aber das geht ja mal so einfach nachts unsichtbar reinfliegen oh mein gott true true wir sind ja unsichtbar true das ist glaube ich das einfachste also außer wir haben unglaublich gute augen das weiß ich nicht ich habe noch nie mit einer fledermaus in einer wir waren cage geflogen aber ich hätte gesagt wir probieren es aus und holen uns davor noch mal ein bisschen bessere fledermäuse damit es nicht so schlimm ist wenn uns unsere jetzt weg sterben hat gerade jemand wieder das vollzweck gepolt ja es tut mir sehr leid ich poste ja wieder rein in die werke pack ich hab schon ist alles gut ich gehe sachen barbern schlupp weg ich habe sachen von der base mitgenommen deswegen haben wir dort noch betten oder wurden die zerstört das ja ok was denn ich hab mir nur das jibi angeschaut und das ist ja man kann sich wieder streiten ob man das schön findet oder eher nicht so sagen wir es mal so dankeschön evil king für die 54 monate dann ganz viel spaß hier weiterhin welches jibi das was hier drauf hockt das ist wunderschön ja das sind die lustigsten dinos die es gibt also ganz ehrlich locker ich würde arg unabhängig davon wie kompliziert es ist unbedingt dir empfehlen um das zu spielen also ja arg hat einen wenn du halt das mastern möchtest würde ich sagen dann hat das spiel echt viel komplexität ähm weil es einfach viele unterschiedliche viecher gibt so aber ich würde einfach mal behaupten wie formuliere ich das ähm wenn du auf dem level von dem arg wissen bist das ich habe seit 400 stunden habe kannst du in dem spiel eigentlich alles machen was du möchtest auch wenn du quasi nicht alles weißt oder kannst du musst gar nicht alles wissen oder können weil viele dinge sich einfach wiederholen oder ähnlich funktionieren das ding hat 300 dinos aber 240 davon werden ähnlich oder mit ähnlichen methoden getamt und irgendwann musst du einfach nur wissen wie die unterschiedlichen arten zu tamen gehen das sind halt irgendwie zwei hauptarten und dann ein paar besonderheiten und wo du nachschaust wie du es machst das ist eigentlich das ich spiel arg nie ohne dass ich ein dododex dabei habe ähm und ich kenn niemanden der das nicht so macht weil du dir halt dann auch sachen eingibst damit du weißt wie viel du brauchst und dann guckst du halt einfach nach du kannst aber arg auch wundervoll 400 stunden damit spielen dass du einfach eine wunderschöne base baust und ziegen breedest oder auch einfach nur streichelst fragschluse deswegen das spiel ist sehr sehr schön und für unterschiedliche komplexitäten sehr gut geeignet ohne dass man alles können muss äh hier sind doch die ganze zeit deine nester wieso finde ich jetzt nicht mal eins um auszuprobieren ob ich uns übergucken kann das ist eh du fragt aber ähm mit dem server hat alles geklappt ja geht das mit dem wippen funktioniert nicht so gut fragt hier jemand ein kano ich bräuchte kanus hier wo ich bin ist ein kano ok wo bist du und ist er weiblich äh ich bin boah das weiß ich nicht ich weiß auch nicht welches level er hat ich guck gleich mal nach aber ich bin bei der fledermaus cave na ich kann gleich gucken ist ja was los geflogen äh ja ich baue da schon habt ihr jetzt schon mal shots eigentlich ne das ist ein guter punkt das sollte man vielleicht ändern bevor wir den max der rothen wollen das können wir gerne machen also mein intelligenzstand ist nicht der höchste möchte ich an der stelle anbringen ohne mich selbst zu dissen ich habe vielleicht das so geplant dass man wegen dem schönen unterschied so wie ich es ursprünglich haben wollte nicht reinkommt in unsere kleine base box ups wo war der kano der war im fluss der ist den fluss runter gelaufen ok da ist ein spino also ich habe auf jeden fall ein kano gerade zweimal gehittet ein spino hätte ich nämlich nicht gehittet vielleicht wird auch gefressen vom spino da ist aus irgendwelchen anderen gründen drauf gegangen das wäre scheiße da was ist da hinten da ist ein rex wo ist er noch weiter runter kannst du noch ein zweites bett mitbringen ich bin gerade in der hülle angekommen sehr schön da ist er das ist aber ewig weit runter 55 den gönnt da ist ein agentar was vor der höhle wie mache ich meinen schrei nochmal da ist er 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 soo also kato ich sehe gerade noch das ist jetzt die kam also es ist also töten wir die alle bis das dahin wie ja das ist so wie es ist es am ende buster bist du in der höhle ich stehe hinter dir ja wir können ja mit dem fledermaus töten oder mit steven das problem ist wenn du die fehlermäuse benutzt sie könnte ich da runter ich verpiss mich viel spaß das ist das schöne an steven ich glaube euer haus etwas zugewachsen nach quatsch ach quatsch wir können das mal nachschauen ob da vielleicht doch ein high level dabei ist ich habe geguckt sind zwei fünfzehn und zwanziger also ich habe fünf die um mich herumfliegen ich gucke 20 ist nicht mehr welcher ist wer jetzt 90er ist mit dabei 95 ist mit dabei das ist das höchste würde ich aber nicht mehr holen um ehrlich zu sein weil die sind jetzt auch angeschlagen lass uns doch was brauchen wir denn für den mohshops und das wasser dabei wasser essen will dabei haben wir sehen denn wo shops dann noch mal aus sind diese hunde oder sowas na ja die bis in dickeren sonst der freundlich formuliert die bis in dickeren medoc dinge bis in dickeren medocs ok einfach mit ner fucking fledermaus spinos farmen holy shit nein 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 die höhe ist wirklich zu ende also das sind wirklich nur die im fliedermäuse die darin sitzen nein 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 Ich habe mich nur gewundert, warum ich 100 Fleisch im Inventar habe. Das ist so ein bisschen die Crux. Ich glaube, ich könnte viel Spaß haben, der Zaunaufwand dahin zu kommen und mich bis dahin durchzufressen. Das ist mir zu groß. Zu viele andere Projekte im Leben. Ja gut, das kann ich dann verstehen. Dann hat man einfach eine andere Priorität. Also Zeitkosten tut das Spiel auf jeden Fall extrem. Ich flieg mal eben zur Base zurück und gehe ganz kurz gucken. Kalla ist aufgestanden. Ich bin dann aber gleich wieder da. Könntest du auf dem Rückweg mit Steven irgendwo zweimal mit dem Schwanz gegen den Bärenbus schlagen? Damit wir ein bisschen mehr Bären zum Füttern in der Base haben. Alter, kann ich dir das nicht auch übernennen. Alter, das musst du Schlüssel sagen. Deine wundervolle Freundin hat sich gedacht, dass das passend sei. Ich habe keine Macht hier. Und ja, Fledermäuse sind sehr, sehr stark. Ich bin so in Retard. Ich bin gleich wieder da. Ähm, nein, ich kann mit Steven nicht irgendwo Büsche draufschlagen. Weil Crypto-Sickness? Weil Steven jetzt mit Trial-Sickness auf der Brücke vor unserer Base liegt. Soll ich ihn? Also wir können ihn ja nicht holen. Na gut, ich bin aber gleich wieder da. Ja. Ich bin auch ganz kurz weg. Soll ich dich mal gemacht? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist gegen Wärme, das ist für Kälte, nee, das ist Geschwindigkeit. Das ist Trainingsding, das ist Wärme, das ist Sauerstoff, Vergessen, Erleuchtung. Schade, das ist, das ist ein, die Pilzsuppe funktioniert auch bei Spielern, oder? Funktioniert die auch bei Spielern? Safe. Ja. Acerbic Pilz brauchen wir auf jeden Fall dann auch noch für die Suppe. Ich bin gleich nochmal eine Sekunde weg, aber, Niki, bist du gerade da? Der ist auch kurz weg. Achso. Ähm, der, dieser, diese Pilzsuppe funktioniert auch bei Spielern, ne? Nicht nur bei Tieren. Du meinst die Radiation? Genau, ja. Diese Pilzsuppe gegen Radiation. Ich meine, die funktioniert auch bei Spielern. Leute, ich weiß, dass man, dass wir ein Hazard-Ziut brauchen, aber für gewöhnlich habe ich eine Suppe trotzdem mit, falls der Hazard quasi Anzug bricht, damit du reagieren kannst, ein bisschen schneller und nicht instant umfällst. Ich nehme mir gerne, also ich habe, habe mir, ähm, ich habe mir quasi in der, ich weiß noch nicht mehr, ob das noch geht oder ob das eine Mod damals war, aber bei Aberration habe ich mir quasi gerne in die Taskleiste eine Suppe mitgenommen, ähm, damit, wenn der, wenn du in einem Kampf bist zum Beispiel und der Hazard-Anzug bricht dir, dass du das quasi quick drücken kannst, ähm, und ein bisschen Schutz hast, bis du dazu kommst, dir wieder deinen Hazard-Anzug anzuziehen. Weil das je nachdem, also dein Anzug bricht ja meistens, wenn du in Fight bist und dann hast du ja meistens nicht so viel Zeit in der Sekunde gleich wieder den Anzug zu wechseln, so. Okay, es kann nicht konsumiert werden. Es geht nur für Tiere, okay. Brauchen Fledermäuse das, bevor wir da reingehen? Kriegen die auch Damage von Strahlung? Ähm, gut, das muss man kurz mal anschauen. Ich gucke. Ich dachte, du weißt es vielleicht. Ich habe in der Map hier auch keine Ahnung, also. Alle Tiere, die nicht von Aberration sind, bekommen Schaden. Ja, aber bei Fledermäusen weiß ich das nicht. Also erstens haben wir hier nicht Aberration. Ähm, ich weiß, dass es diese Aberrant-Tiere gibt, das weiß ich alles. Aber diese Fledermäuse können auch in Höhlen fliegen. Wer weiß, was die noch alles können. Die können Strahlung ab. Da. Geil. Also ist für die egal quasi. Die sind total OP, ja. Geil. Seht ihr, Chat? Man muss nur die richtigen Fragen stellen. Wildcard war immer schon so, dass sie gesagt haben, okay, wir haben einen neuen overpowereden Dino, wir geben dem alles. Ja, er ist tatsächlich sehr overpowered. Wenn du ein vernünftiges Level hast, kannst du damit auch Gigas killen. Also ich hab mit der Schluße zusammengespielt und wir hatten so 50er-Werte reingebreedet. Also einfach nur zusammengezogen und haben zusammen, haben wir 1200 Damage am Giga gemacht. Alter. Also irre. Irre lustig. Das ist echt. Wenn du einen vernünftigen Sattel aufsetzt, dann, ich weiß nicht, warum es so ist. Ob es ein Bug war oder ist, der Giga gibt der Fledermaus ganz wenig Damage. Krass. Ja. Ach, schon krass. Aber dann brauchen wir die Suppe gar nicht, wenn wir reingehen für die Rockdrakes. Das spart uns Zeit. Wollt ihr mit Rockdrakes? Ich liebe Rockdrakes. Okay. Ich find Rockdrakes einfach übelgeil. Ich will unbedingt Rockdrakes breenen. Auch wenn die auf der Web nutzlos sind. Das lösen sie nicht, ne? Bitte? Nutzlos sind sie nicht, ne? Ja. Cool Tiere. Sie sehen auch mega cool aus. Sie sehen übelgeil aus. Guten Morgen, Holla. Und Niki und ich hätten den Deal. Ich helfe ihm, die Fledermäuse zu holen. Und dafür hilft er mir, die Rockdrakes zu holen. So hat jeder was davon. Wobei die Fledermäuse ja auch einfach generell ultra-warfit sind. Also holy shit. So, ich bin noch mal ne Sekunde auf K. Was? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Also ich persönlich bin größerer Fan von Eulen als von Gryphons, ich find Gryphons nicht so cool. Ich weiß aber, dass viele sie feiern, weil sie schnell sind und man halt Waffen nutzen kann und sich zu zweit draufsetzen kann. Aber ich persönlich teile mir meinen Mount nicht gern mit anderen Leuten. Also ich brauch auch keinen, sag ich mal so. Oh, verdammten Mining Drill, Mann. Mining Drill? Ja, Mining Drill ist ein Bergbau-Laser. Ah. Und den kann man mit Gryphon nutzen, weil es eine Waffe ist oder was? Nein, das ist zum Farmen. Achso. Und den kannst du darauf auch nutzen, ja genau. Achso, ja gut. Dann. Der setzt halt alle Tiere, auch seinen Strider. Ui. Ich mein, die Alternative wäre, dass wir einfach alle Weibern töten. Ich mein, da es da nur Blitzdrachen gibt, ist das sehr gut möglich. Also ganz grundsätzlich gesprochen, weil wir ja so viel zu viel Metall haben, können wir uns einfach eine Gun davor setzen. Ich hab gejammert. Ich wollte Metallfarmen gehen und wir haben nicht wirklich noch nicht abgegrasste Metallspots, die ich kenne in der Umgebung. Also auf der Dava-Insel gibt's ganz viel Metall. Gut. Ja, dann lass doch hingehen dort und farm. Hier hinten ist auch Respawned. Inzwischen. Können wir wiederholen. Ich war noch nicht da, also das, das meinte Lukas, oder, da ist, dass der Metall ist. Ja, es gibt auf jeden Fall eine Sporte, die relativ safe ist, wo ein bisschen Metall ist, aber die anderen Spots weiß ich nicht, wie safe die sind. Äh, ne, beim Erabor, das ist kein Metall, das ist Gold, alles, was da drin ist. Ist das nicht Metall? In der Erabor-Kühle unten ist Metall, glaube ich. Und es gibt auch einige Metalspots, ja. Dann gibt's doch, aber die Frage ist halt super weit weg, ne? Boah, kriegen wir das ordentlich hin und her getragen, ist halt die Frage. Also das Zurücktragen ist kein Problem. Da porten wir einfach nach ihr, was hab ich gesagt? Einfach nach, einfach, sagt er. Einfach. Äh, warte. Du stirbst dich aber nach Hause. Wanderland Süden und dann Süden. Das sollte bei uns sein. Ja, also wenn wir theoretisch gesehen vier Griffins, äh, vier Agentaves einpacken, und da zu dritt losgehen. Und alle vier Agentaves komplett randvoll mit Metall packen. Du kannst da unten nicht fliegen. Du kannst da unten nicht fliegen. Scheiße. Das hab ich vergessen. Ja, wir müssen ja nur randvoll mit Metall packen und dann... Du kannst sie hinterher fliegen lassen, das funktioniert. Und dann rausfahren. Das heißt, wir gehen zu Fuß. Oder wir nehmen Fledermäuse auch noch mit und fliegen mit Fledermäusen vor. Aber dann, also mit den Agentarwissen hinterher, die dann nicht mal auf Sprint fliegen. Boah, ich glaub ich erschieß mich, wenn wir das machen. Ja. Hier können wir auch einfach unten erst rauswerfen, oder? Also, beziehungsweise, wenn wir da Metall dann haben. Wie rauswerfen? Dann nehmen sie ein Creo mit. Schauen die dann da unten raus. Ja, aber wir müssen das ja dann rausbekommen. Achso. Das können wir da einfach porten, oder nicht? Ja, das können wir da unten einfach raus porten. Das ist Five Head. Ja, dann lass das machen. Ach du Scheiße. Nein, meine Angst. Seid ihr ab? Seid ihr motiviert? Habt ihr Lust? Ja, können wir machen. Also, motiviert ist eine andere Frage. Lust ist auch eine andere Frage. Würdet ihr dabei sein? Ja. Ich würde ganz kurz noch warten, bis Steven aufwacht, dass wir ihn... Ich bin wach. Dass wir ihn wieder in unsere Base stellen. Also, ich muss zu meiner Verteidigung sagen, als ich den Stego benannt habe, wusste ich nicht, dass das Team heißt. Alles gut. Das war keine Intention. Das war nicht so wie Schlüsus Medoc. Das war bösartige Absicht. Ich habe in etwa 1.000 Stunden ein ARC, aber das erste Mal auf der Map. Da kommt das auch schon mal. Ich sollte mir heute entweder was zu essen bestellen oder irgendwann meine Nudeln kochen. Mal so wie gestern von Lebkuchen, Schokobossau und Chips zu ernähren. Ich habe Lebkuchen neben mir liegen, weil du gerade drüber redest. Das ist nicht so der Call, glaube ich. Können wir bitte eine Mega Forge bauen? Beziehungsweise kann bitte jemand das Level dafür kriegen? Ja, aber dafür machen wir ja quasi den ersten Teil jetzt. Der erste Teil ist das Mittelholen gehen. Dann haben wir das schon mal ready dafür. Ja. Also mir fehlen noch 4 Level. Also mir fehlen noch 4 Level. Wir fehlen noch 4 Level. Wie viel ich jetzt Level ist denn? 80. 80, ja. Okay, dann fehlen wir 3. Okay. Ja, dann bist du der, der... Ja. ...der dran ist. Und liegt das jetzt offiziell außerhalb meiner Verantwortung? Okay. So, wollen wir in die Erebor-Höhle oder wollen wir in die Moria-Höhle? Wir brauchen echt einfach Holz. Mir ist beides recht. Wir haben noch über 1000 ungeschmolzenes Metall. Ja, mir ist auch egal. War in der Moria-Höhle viel Metall? Ich bin mir echt nicht sicher. Aber wenn wir in die Moria-Höhle gehen, könnten wir parallel immer wieder wegen dem Gas-Analytik-Dings... Gas-Dingsbums da schauen. Dann hätten wir 2 Fliegen mit einer Klappe. Ja, hab ich... So. So, ich pack auf jeden Fall schon mal den 1 Kilo ein, oder? Braucht den grad noch jemand? Oh Gott. Ich muss hier mein Agentar was entladen. Sowas aber auch. Dann komm ich mal zurück zur Base. Und baue noch ein Gas-Ding. Baue ich noch ein Gas-Ding? Ich hol' genau ein Gas-Ding. Nee, wir brauchen echt nicht so viel. Wenn du noch mehr Gas willst, dann hol' den Gatscher. Es sind doch nur zwei. Ja. Wir könnten das verkaufen. Wir haben's wirklich noch nicht. Madoc, würdest du für Gasperlen bezahlen? Ach, schön, ey. Wir haben noch Anfänger hier auf dem Server. Wir können ja so tun, das wär's was mega krasses. Witz, also. Witz, also. Oder wir wollen... Oder wir wollen es auch einen Gatscher mit Gas. Wir könnten uns auch einen Gatscher holen. Ich hab' noch nie einen Gatscher geholt. Der wird so Stein-Foundations sind und 10 sind. Ist das die Steinwände, das Effiziente? Das kann auch sein. Ich weiß nicht, wo ich bin. Scheiße, man. Ich kauf dir da ganz viel Steinwände, aber ich muss sowieso leveln. Und dann... Ja. Das ist ein Survival-Game. Das Ziel des Spiels ist Survive. Nee, aber ganz im Ernst, es gibt bei dem Spiel jetzt nicht irgendwie so ein krasses Ziel, sondern du spielst einfach und tamest Tiere und züchtest sie, baust große Burgen, machst Bosse, verbringst Zeit mit Freunden, mobst Freunde. Es ist im Endeffekt wie so ein riesiger Spielplatz. Mit Dinos. Und anderen coolen Viechern. Und anderen coolen Viechern. Okay. Kann man eigentlich mit Cooked Fish Palmy Jerky machen? Nee, oder? Ist das jemand? Boah. Boah. Ich glaub nicht. Aber wenn du's reinziehst, siehst du eh direkt, ob er was damit macht oder nicht. Boah. Boah. Überall liegt überall normales drin. Also Erebor ist, glaub ich, von uns aus gesehen, ja. Okay. Boah. 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 Ah, da hinten. So was muss das alles mitgenommen werden? Boah. 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 Ne, ist das Erebor? Ne, das ist ne andere Höhle. Boah. Aber ich komm auf jeden Fall erstmal zurück, weil ich muss auch einmal ganz kurz gucken, wann unsere Viecher ready sind. Hast du mit Steven ein, zwei Bären geholt eventuell? Nein. Sehr gut. Und was kann ich jetzt machen? Das wär super. Das wär mega gut. Und sobald das halt durch ist, also ich würde jetzt mit euch Metallfarmen gehen und dann würde ich gucken wegen Wecker, wann ich wegen den Viechern zurück muss. Und während ich dann zurück muss, würde ich anfangen, den Garten für Kibbel anzulegen und so. Die Klippenplattform habe ich ja gebaut. Das haben wir gestern noch gebaut. Ich habe sie nur noch nicht gesetzt, weil ich mir noch nicht entschieden hatte, wohin damit. Nehmen wir dann einfach das Beehive aus der Ecke zum Bewässern? Ja. Das hätte ich auch gemacht, ohne zu fragen. Okay. Dankeschön. Abend gibt's ja jetzt für die 24 Monate. Und jetzt viel Spaß weiterhin. Dankeschön. Das liegt aber auch daran, dass ich bei dir keine Angst habe, Dinge zu nehmen, im Gegensatz zu bei Holla. Ich weiß nicht, ob ich das als Kompliment oder als Beleidigung sehen soll. Warum hat man... Okay. Warum hat der Silk mit da? Ich habe Silke mitgenommen Irgendwelche Blümchen in Asgard im... Ja, hier das Schilf am Wasser gibt auch Silke, also Das ist actually kein Problem Okay Ich glaube, ich wäre actually soweit, wenn wir los wollen Also, by the way, ich weiß jetzt, wo man alle Bosse spawnt, außer die Berufmütter Okay, das habe ich noch nicht gefunden Wir haben 19 Minuten Zeit, bevor die Bibis kommen Ja, du kannst auch hierbleiben, wir können auch Nee, ich will ja mit Das ist ja das Problem Ich will ja mit Aber ich kann mich ja, also notfalls kann ich mich ja einfach zurückschärben Aber 19 Minuten ist halt 20... Boah, das ist knapp Wurscht, ich komme... Ja, ich glaube, ich bleibe sicherheitshalber da Dadurch, dass es zwei Ziegen und ein Ovis Schaf ist, ist mir das ein bisschen zu knapp Wenn wir uns dann einfach drei Viecher abverrecken, wenn ich es verkacke Dann würde ich anfangen, die Felder zu bauen Für Alles andere, wenn das okay ist Und bei der nächsten Metallfuhre mitgehen Ja, wenn wir Glück oder Pech haben, je nachdem, wie man es sieht Könnte da... könnten wir eh nicht Zeug dabei haben, um Alles da abzufahren Wo ist denn mein Agentaris schon wieder? Du kannst Agatha auch mitnehmen Jetzt ist sie aber Wie viel Gewicht hat Agatha? Ich glaube nicht so viel noch Ich glaube, keiner hat das richtig viel, oder? Agatha hat doppelt so viel Gewicht wie meine, also Oh, na gut Aber wo ist meine Klippenplattform? Lag dich in der Smessie? Ja Das dachte ich auch Nun Ah S plus ist auf Englisch Anders Ich Bin dumm So, machen wir los Ja Weißt du, wie wir hinmüssen? Ne Wir müssen Ungefähr Da Wir müssen Warte Norden, Norden Müssen wir zum Goldberg? Oder wo ist die? Ja, genau Ich glaube Da, wo das Schneeding ist Also die Höhle Die beim Ne, wir fliegen zu der anderen Achso, dann müsst ihr Ja, das ist gleich hier um die Ecke Da bin ich gerade vorbeigeflogen Ganz im Norden Irgendwie 10 60 oder so war das Also Ich werde mir jetzt einfach eine Ecke in diesem Bereich werde ich mir jetzt einfach einverleiben Und die werde ich von der einen Seite zu einem riesigen Ich mache unendlich viel Kibbel mit Gärten Und von der anderen Seite zu ich reede Rockdrags basteln Und ich hätte das jetzt einfach Richtung Vulkan hier gemacht Wenn das für alle okay ist Grüner Obi, Lukas Grüner Obi Hast du echt zu grüner Obi? Okay Ja, ja Okay Dann haben wir da drüben Ah Dann haben wir jetzt hier vorne, wo das Licht ist Aber wenn man nicht gleiten kann, was in der Hand hat, kann man nicht gleiten Und Und GPS zählt als was in der Hand haben Oh, das ist ein Gamechanger Danke für die Info Weil ich war auch schon verwirrt Ich dachte, ich bin zu blöd Also Hier vorne unten, wo das Metall Ding ist Kommt eine große Smithy und eine Werkbank hin Als großes Hauptding quasi Und dann würde ich jetzt hier drüben Würde ich meine Ich bin gleich beim grünen Obi Ja, es müsste der Berg links liegen Mit dem grünen Obi sein Meine Pflanzending bauen Okay Die Frage ist halt Ist das Ach, das ist so blöd Mit den Treppen Das müssen wir anders machen Oder vielleicht bin ich boosted Nee, doch, doch Müsste der sein Wir bauen ein riesiges Gewächshaus Ich hab übel Bock Wir bauen ein riesiges Riesiges Gewächshaus Mit einer geilen Küche dran Und dann werde ich einfach Alle mit Gemüse Glücklich machen Aber erst mal müssen wir einen Weg finden Das so zu bauen Dass das Dass mich das auch glücklich macht Optisch gesehen Weil so macht das mich nicht glücklich So macht das mich überhaupt nicht glücklich Wo muss ich da genau hin? Also links neben dem grünen Obi Ist so ein Berg, der einzeln steht Ja Wo bist du? Ich bin auf der höchsten Bergspitze von dem Oder meinst du da hinten? Also er ist ein bisschen weg von dem Obi Achso, okay Ja, dann bin ich da nicht Gut Ah, dauert das kurz Und dann auf der nördlichen Seite War das, glaube ich Irgendwo Joka Rockdrakes sind mit einer der geilsten Viecher Die es gibt Also die werden wir heute auf jeden Fall noch sehen Ja, ich drehe zum Bauen gleich den Gamma-Wert noch höher Ich weiß, man sieht sehr, sehr schlecht gerade Zum Bauen Ja, wenn du hängst Ist das gut, wenn wir das hochziehen Wenn man einfach nichts sieht sonst Ja, vielleicht hat er sich da festgehangen Ja, okay Ja, er hat gar nicht Dann hätten wir hier hinten quasi so ein Dann mache ich hier so zwei so Balkone hin Mit Abstiegsmöglichkeiten zum anderen Ding Und wenn ich jetzt halt gucke Hallo Dori Das heißt, wir hätten dann hier den Aufstieg Dann hätten wir hier oben quasi unser Gewächshaus Und dann würde ich genau auf die andere Seite Da unten meine Rockdrake Breeding Station bauen Das wird riesig Mit Ausblick auf den Vulkan I'm happy Das wird sehr, sehr cool werden Ich habe richtig Bock Hallo Werner Werner Burning Gamer So Hallo Werner Burning Gamer Ein Wunderschön Ich bin Nicht so gut im Lesen gerade Ich bin müde Ich bin sehr übernächtig Also da brennen auch Fackeln Also das sollte man sehen Ich sehe da gar nichts Also du musst einfach jetzt Bei dem Berg bist du einfach nach Norden 16 Minuten, 12 Minuten 12 Minuten, wir haben noch Zeit Irgendwann Ränder irgendwo fackeln Und dann Hast du gar nicht geschlafen? Doch, aber wenig Also ich fliege auch Drüber gerade Soll ich das Gewächshaus Aus Metallgläs bauen Oder aus Glas Ich würde es aus Metallgläs bauen Wir haben halt nicht so viel Metall Das ist halt das, ne? Ach da Wow Das ist das, was mir so ein bisschen Sorgen bereitet Wie viel Metall kostet sowas denn? Fast gleich viel wie normales Metall, oder? Also eine Glaswand kostet mich 25 Metallbahnen Aus Glas Metall Und wie viel kostet eine Glaswand aus? Und wenn ich Gewächshaus habe, dann kostet es 7 Also es kommt ein bisschen drauf an, wie sehr uns Medoc hast Brauchst einfach nicht heute Und an das Medoc arbeiten Wow Hä, wo bist du denn jetzt? Ja, aber er wird nicht unsere Hauptbase angreifen, oder? Nein Wird er unsere Hauptbase angreifen? Er macht nicht unsere Hauptbase kaputt Hat er, glaube ich, gesagt Okay Dann gehe ich das Risiko ein Und hoffe, dass er uns nicht hasst So, und hier unten sollte alles voll mit Metallsteinen sein Was ist da unten? Bei der Lava oder was? Ja, genau Das Glasmetall funktioniert genauso wie das Metall Das ist von S+, das ist sehr, 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 sehr schön Und hat die gleichen Werte wie Metall alleine Das heißt, damit kannst du mega schöne Burgen bauen Aber wir haben halt noch nicht so viel Metall auf der Map Deswegen Bin ich nicht bereit So viel Metall zu fressen Gerade noch Hallo Vahan, danke schön für vier Monate Vielen Dank Hi Guten Morgen Guten Morgen Und auch die Greenhouse-Funktion, yes, genau Wir fliegen den Kühler aus Und wir fliegen dann rum, oder nicht? Ja, gleich Ich packe später auch noch meinen Agent aus zum Beladen Hast du noch einen mitgenommen? Oder haben wir nur die beiden? Ich habe nur einen Okay, ich habe auch noch einen Sehr gut Hast du Agatha nicht mitgenommen? Doch Aber ich habe meinen nicht mitgenommen, weil ich keinen Corporate mehr hatte Achso, ich hättest du doch was gesagt Ich habe doch noch Ich Spinn Hallo Prinz Kuda Wo sind Spinnen? Im Erebor Dann gehe ich da nicht rein Nicht bei uns in der Base, alles gut Aber wollt ihr dann den großen bösen Spinnen was mittöten? Ja Nee Ich will die Brotmutter unbedingt töten gehen Ich nicht Das ist Empowerment, Holla Die Brotmutter zu töten gibt einem richtig viel Power Über Spinnentiere Ja Nee Ich sehe mich da nicht Alles gut, musst du eigentlich Also du musst ja nicht bei jedem Boss mitgehen Das ist ja kein Problem Ja Spinnen mag ich nicht Worf wäre es, wenn du dich einfach mit Augen zu auf irgendein Dino setzt Für die Endgames Das geht Ich habe auch schon mal Golfit gespielt und Leute haben mir gesagt Jetzt musst du nach rechts linken, jetzt musst du nach links linken Weil das war eine Spinnenweb und ich konnte es einfach gar nicht sehen Also es ist eine Spinne, die nicht besonders krass animiert ist tatsächlich Ähm Die sieht, finde ich Also es ist die Brotmutter Sonst google ich es gerne einfach mal Ähm Ist jetzt Ich habe ja auch eine Spinnenphobie Ich finde sie nicht so schlimm Im Verhältnis zu Ganz anderen Sachen Ähm Ich finde, die geht klar Aber ich kann Mit diesen normalen Spinnen, klar Die da am Strand rumgelaufen sind Mal langer rück Ja, ne, die ist auch nicht so Also ich finde die nicht so unangenehm Weil die ist nicht so komisch So, okay, es kriecht von hinten an dich ran Sondern du hast halt so ein Großes Ding vor dir Und 20 Dinos prügeln drauf ein Ja, aber das große Ding vor dir Beschwört auch kleine Dinge Okay, das wusste ich nicht Dann mach die Augen zu Das wusste ich nicht Das hatte ich nicht Ja, mit Augen zugehen Also ich würde schon versuchen Es anzugucken so Aber halt nicht Also wenn es halt nicht geht Dann stehe ich daneben Und bin useless Ja Aber das ist nicht schlimm Also auch wenn du AFK gehst Ist für dich besser Als wenn du nicht mit reingehst Weil du halt in Gramme freischaltest Wenn du dabei bist Ich found das Glor in our plan, Lukas Hm Wir können nicht auf die Agitabes aufsteigen Lol Ja gut, da müssen wir Oh Gott, das wird ewig dauern Okay Dann lad einfach nur rein Hattest du mit dem gekochten Fisch gereicht? Mit dem gekochten Hat das mit dem gekochten Fisch gereicht? Müsste alles gereicht haben Ja, ja Es wird einiges gespoilt sein auch Müssen wir noch gucken, wie wir das machen Aber du musst Wie genau Was, wie, wo Musst du Niki fragen Der war der erste heute, glaub ich Auf dem Server Ja, okay Muss ich nochmal Fisch farmen? Oder haben wir noch? Ich hab gar nichts gemacht Ich hab auch nichts gemacht Also Nice Ich geh gucken Ich bin schon in der Weiß Ich guck gerade Oh Gott, hab ich den falsch reingelegt? Ups Nee Hey? Ach, du hast alles reingelegt bei dem? Okay Eigentlich nicht Okay Foundations Klippen Ah doch, das ist noch gekochter Fisch drin Ja, das ist Sulfur Sulfur brauchen wir echt nicht Schmeiß das alles weg Das ist ein unnützer Ballast Aber sind das alles Sulfursteine hier? Ja, das sind alles Sulfursteine hier Ich hab die Metallschirn gemacht Ich würd gerne einfach ausprobieren Wie viel Schaden der Ankyl bekommt Aber Maddox sagt Lava ist tot Ja, please don't Ich bin alternativ Können wir einfach selber Den Scheiß aufbauen und machen Ohne Ankylung Ja, dann würde ich den Ankylung Einfach hier stehen lassen Die Lava haben sie kräftig Heftig angezogen Weil du konntest sonst Durch die Lava durchlaufen Easy peasy Und Und konntest dann einfach Mit deinem Giga unten In der Überanschlucht durchlaufen Das haben sie jetzt angezogen Und wenn ihr das reingeht Dann knallt das einmal bis weg Gleich überlegst du zwei Ticks Wenn du alle Level drauf Auf HP machst Aber Nein Keine Chance Halleluja Also wollen sie das nicht Wirklich nicht Dass man das macht Nein Ich glaube mit Holzoptik Gefällt mir das besser Weil das so ein bisschen Dünner ist dann Also mein Problem gerade ist Ich hab meine Federmaus eingepackt Was heute so alles der Plan Halleluja Rockdrax Und Wibber Und Wibber Okay Und Otter Klar Also wir haben jetzt ein Mabbing Das hilft vielleicht Aber Hier Schnabelt hier Oder was Ja Uh Das ist cool Beziehungsweise Schluss auch noch Mindestens einen geholt Steht der schon Oder Was mit dem Also wir haben hier Einen Quarki Was ich in der Base gerade sehe Aber das heißt Ich kann denen Die Ziegen Gerade dann auch Einfach geben Ne Ja Oder wie findet das Wie funktioniert das dann Genau Du setzt dich Äh du Du stellst dich quasi In dessen Nähe Und dann Hälst du ihr auf ihn gedrückt Und dann kannst du sagen Pick up baby Wie viele kann er abpicken Ja Das heißt Ich muss mich ja um nichts kümmern Jetzt gleich Ja Ja ein oder Alter was ist das für Was ist das für Ich möchte Schnabeltiere breeden Also du musst einfach nur Deren Inventar vollballern Mit Mit Bären Und Maybe Fleisch Haben wir gerade nicht Aber kann ich Kann ich Einfach Schnabeltiere Breeden Die haben kein Geschlecht Die kann man nicht Breeden Doch kannst du Aber sie sind Twitter Also sie haben Machen einfach Irgendwie lieber miteinander Alles was sie wollen Das ist sehr schön Ich weiß Du musst einfach nur Zwei High Level Tape und es ist scheißegal Ja Das ist sehr cool Das dumme dabei Ist leider daran Dass beide Einen Cooldown haben Das ist nicht so cool Kriegen dann Beide ein Kind Nein Ja bei Schnecken Ist das ja Ich hab da noch nie Darauf gedacht Aber bei Schnecken Ist das ja wirklich so Dass wenn die Twitter sind Dann vermehren sich Ja dann beide Bei der Paarung weiter Wenn ich das richtig In Erinnerung habe Ich hab nicht dran gedacht Dass der Nachteil Daran Dass ich quasi Die Scheinhorns Genau identisch Paaren hab lassen Das ist Dass die jetzt auch Zum identischen Moment Ihre Jungtiere bekommen Ja Ja das ist immer Anderki He 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 Dori Ich hab meinen Agentar Was mitnehmen sollen Ich hab dir sogar Angebotene Meine noch extra mit Ich dachte nicht Dass du dann Deinen zu Hause lässt Ja dann Ich mein gerade Lohnt sich das Da unten Schon Die Frage Ist wie gut Ist das Zurückkommen Aber hier ist Auf jeden Fall Deutlich Mehr Metall Ist oben Countdown Bedeutet Also normalerweise Bei der Paarung Hat das Weibchen Immer einen Countdown Also die hat jetzt Zum Beispiel Hat die gerade Tragezeit 98,6% Und dann Ihr werdet gleich sehen Wenn die jetzt Geworfen hat Dass halt dabei steht Wie lange sie halt Brauchen Bis sie sich Wieder paaren kann Und Männchen Können halt Durchgehen Wie in der echten Welt Die können einfach Durchgehen Und pumpern Und wenn du jetzt Kannst du auf einen Deiner Dinos Einmal Metall Aus mir ziehen Also aus meinem Aus meiner Fledermaus Ich kann mich nicht Mein Vogel ist Verrückt geworden Wie Er hat gerade statt Ein Fischenden Lysosaurus angegriffen Und fertig gemacht Ich wollte Fisch Ähm Holla Hast du schon In den Old Chat Reingeguckt Vom Server In welchen Wo war es In den Chat Im Discord Im Discord Ja Hast du den riesen Hast du den riesigen Dino gesehen Den Wal Ja Die habe ich schon Mal gesehen Ich habe mich Nur nicht mehr Daran erinnert Dass wir da Irgendwie Öl von runter Gekratzt hatten Oder sowas Wenn ich das noch richtig weiß Öl und Prime Meat Das mit dem Prime Meat Das mit dem Prime Meat Wusste ich zum Beispiel nicht Also das war mir Nicht bewusst Ich weiß nur Was wir da Öl runter Gekratzt haben Ich war aber auch Der Meinung Also ich hätte Ich wusste auch nicht Dass es überhaupt Prime Meat gibt Um ehrlich zu sein Ach du bist so ein süßer Kleiner Was auch immer Dominik Haben wir Haben wir die Gleiter Jetzt eigentlich Gleiter Das was Niki da gepostet Hatte die Mod Achso ich habe die Ich habe die Ich habe nicht geguckt Ich habe nicht gecheckt Dass ich damit Angesprochen bin Aber Ist jetzt noch nicht Also haben wir die nicht Aber die Gleiter Sind ja Standard Ich will nur meine Skins trotzdem benutzen können Achso Gleiter Achso Das sind nur Skins Okay Das ist nichts essentielles Ja gut Okay Wie voll bist du? Dich voll Ich habe noch Platz Wird es langsam schwierig Wie voll kann ich es ja noch machen Baller einfach den Ankylo voll Mach einfach eine Pause Und baller Ja das ist ein guter Der muss sich ja nicht bewegen können Kann ich die Babys da reinpacken Oder spritzt da jetzt einfach nur Milch aus den Drüsen Und es sieht absolut widerlich aus Ja und ja Also du kannst die da reinpacken Und da spritzt Milch aus den Drüsen raus Und es sieht absolut widerlich aus Ich will das sehen Ich komme zurück Habt ihr schon geschaut Ob bei Schluss noch was ist Im Inventar noch mehr bringen Nein ich muss gerade mich darum kümmern Dass diese kleine Scheinhorns alle da drinnen landen Damit ich nicht mehr drüber nachdenken muss Aber da spritzt jetzt Milch Also Das ist widerlich Aber ich muss mich jetzt um nichts kümmern Ich muss jetzt nur noch In dieses Schnabeltier Bären knallen Und die werden gefüttert Ja bis 15% Bis 15% Ich hab da gerade Ich hab da gerade ein Ding reingesetzt Das ist schon auf 80% Ja du kannst ja auch weiterfutter machen Aber eigentlich kümmert er sich so nur drum Okay Musst du ja nur gucken Ob er das vom Feelingdruck macht Steht da mit Ball Mein ich Irgendwo Ja es steht da Also es steht da Futterdruckreichweite an Füttern von Babys Also den Futterdruckreichweite an So Und dann brauchen wir Ah ja Füttern von Babys an Ja ich glaub Ich glaub die 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 drin sitzen bei ihrem Besatz Füttern die ganze Zeit Nur wenn du Und dann hast du ja noch mal Ein Radius drumherum quasi Genau Ich glaub die gehen da automatisch Er ist sehr verwirrend irgendwie Ach ich find das Das funktioniert schon Ich möchte mir nur die Anzeige Nicht mehr anzeigen lassen gleich Ich würd die gerne Ähm Ich will die gerne Bis ich das gesehen hab Fand ich das Biest süß Ich find das immer noch süß Weißt du wie viel Arbeit Dir das abnehmen wird Du wirst das über alles lieben Ja wahrscheinlich Wirklich Du wirst das über alles lieben Alles daran Ich lieb's jetzt schon Auch die Tatsache Dass du vier von den Dingern Einfach Oder fünf von den Dingern Gleichzeitig bewegen kannst Allein was das schon macht Dass du diese ganzen kleinen Scheißerchen nicht verlierst Ja Ja Vor allem weil du so eine Scheiße wie Otter Züchten möchtest Die halt einfach winzig sind So Das mit den Federlights Wird's das gleiche sein Von mit den Vor allen Dingen Weil die auch noch gleichzeitig Mega nützlich sind In Bezug auf Eier Und was noch dazu kommt Auf Eier Ja Die können Können alle Größen Von Eiern legen Das ist am Ende Lol Also für Kibbel sind die Zähnlich wirft Ja Und weil die Twitter sind Legen alle von den Eiern Okay Ich werd einfach Ich würd mich darum kümmern Von denen auch Ganz ganz viele Zu besorgen Komm mir Brutmutter Dann wieder durch Ja auf jeden Das ist ja das Brutmutter Tool Ich brauch ja nichts anderes Mehr in meinem Leben Ja So Ja Die ist jetzt hier geparkt Du hast mehr als genug Bären Oder ich zieh dir jetzt Das ganze Inventar voll Mit Bären Gott ich liebe dieses Ding Warum Ich bin wieder ohne Spiel Also ich finde kein Können auch anderen Tribes Die Babys klauen Ich auch Also eigentlich Ja Die können Anderen Tribes Babys klauen Was Wie die können Babys klauen Das heißt du setzt die ab Sagst Baby aufnehmen Und klaust damit Das Baby das wo sitzt Oder was Genau Und verpisst dich dann Also können wir Maddox Babys klauen Kannst du machen Das würde ich auf gar keinen Fall Also Holler Ich möchte dir ein Versprechen äußern Wenn du Maddox Abpisst Dann werde ich dich Aus dem Clan rausschmeißen Und mich weigern Dich wieder aufzunehmen Warum hast du Angst Und dann werde ich 500 Metallbarren An Maddox liefern Und ihm sagen Bitte nutze es Um Holler zu mobben Aber nicht uns Das ist der Deal Den ich dann eingehe Und wenn das nicht funktioniert Schreibe ich einen sehr langen Brief An Coyote Und Flehen an Dass er kommt Und uns schützt Hä Du hast doch zwei Vögel hinter dir Ne ne Ich hab einen Okay Nice Ich weiß jetzt nicht Also so schlimm Kam er mir jetzt nicht Vorher hat er mir beigebracht Wie man einen Vogel Ja weil du ihn Nicht abgefuckt hast Bis jetzt So Wenn du Babys klaust Ist das abfucken Ich glaube hier gibt es kein Metall mehr Ja Kann gut sein So dann kann ich Die Ziege nehmen Da drin ist nichts mehr Also du kannst Janis dir noch anschauen Da ist nichts mehr Da kommt nichts mehr Holy wie viel Narko Haben wir denn Ja Holy wie viel Warte mal Oh warte Die sind ja alle voll Ja Okay Cool Mehr Stein gibt es hier nicht Kann man dem Amboss Irgendwas machen Ich hab Keine Interaktionsmöglichkeit Befunden Okay Was mich daran erinnert Dass ich noch nicht mal Meine Viecher eingelesen habe Die ich da gerade Gebreedet habe Wieso haben wir denn Inzwischen zu viele Schafe Also Kann ich ja noch Was für Schafe Äh Ziegen Alle Ziegen Die nicht in der Metallbox Sind Kannst du einfach nutzen Ja aber wofür Licht Licht Das ist ne laufende Taschenlampe Ich brauch kein Licht Ich hab Gamma 5 Ja In Aberration Du musst natürlich auch Exploits benutzen Oder du kannst auch Das Spiel so spielen Wie es intended Ja In Aberration Willst du es sowieso Von daher In Aberration Bringt dir Gamma 5 Nix Ich mein Ich hab auf meiner Schulter Meistens ein Vogel Oder ein Otter sitzen Da hab ich so nicht noch Platz für ne Ziegel Ja aber musst du ja auch nicht Es gibt auch andere Leute Noch in diesem Tripoller Achso man hat nur Eine Ziege pro Gruppe Dabei Ja Nein aber andere Leute Haben auch einfach Bock auf Ziegen Okay Aber theoretisch Muss nicht jeder Ne Ziege dabei haben Das stimmt schon Aber Ja aber ich hab Eigentlich will man schon Irgendwas dabei haben Wenn man in Aberration ist Ne in Aberration nicht Ne in Aberration nicht Das ist was anderes Ich hab eigentlich noch nicht Keine Ahnung was der Dabei haben will Im Zweifel ne Ziege Vielleicht Und was die Ziegen Dir noch anzeigen Sind Max Lavedinos Und Andere Spieler Das ist praktisch Und sie laden deine Batterien auf Ja Batterien Batterien An Chartstation Damit du Element herstellen kannst Und äh Sämtlichen Shit Aber das ist alles Erst Late Game Ah Du hast ganz viele Leuchtetiere Um 254 Leuchtstäbe aufzuleiten Mit 254 Leuchtstäben Kannst du 90 Element In 10 Minuten produzieren Was beißen wir gerade Okay Dafür müsstest du Holla Jetzt erklären Was Element ist Ich weiß was Element ist Ich hab Tech Parasauren Gefarmt Also Für einen Aufzug Es waren sehr viele Tech Parasauren Neben meinem Aufzug Ja Kannst du den Ankylo nehmen Äh Ich kann's versuchen Ja Ich kann Ein Rotor Drop direkt an meiner Base Juhu Das sollte direkt da oben sein Also ich glaube das ist der nächste Stand Ja Mein Dings folgt dir Das weißt du gell Ja Das ist der Plan gewesen Haben wir schon was Was automatisch Zement herstellt Ja haben wir Die Schnecke oder Ja Ich mein aufhebt Ich hab Für die Schnecke hab ich Wurder gemacht Aber Der Item Collector Ultra krass ein Item Collector Irgendwann Hab ich mich nie beschwert Ist das andere eigentlich der Vardela Item Collector Oder ist der auch von S plus Es gibt keinen Item Collector Aber es gibt auch zwei Item Collector Es gibt den der so early ist Der aussieht wie eine Figur Und es gibt der so ein bisschen technisch Ja der spätere der kann auch Sachen verteilen Der ist quasi Subgrade Mich macht alles unglücklich Nee nicht unglücklich Doch Warum? Weil das Wenn man Bases bauen möchte Hat man einfach nie in Gramm Punkte übrig Ja Ich glaub wir haben jetzt 2000 Metall oder so Geil Gib mir 10 Minuten Dann haben wir 0 Ich versuche jetzt zu leveln Und dann Gehen wir Bauen wir eine direkte Industrial Forge Oder Aber kann man nicht Warte mal Mining Drill Ab wann kann man ihn bauen Ach Stufe 80 Schade Nein das braucht noch ein bisschen Das haben wir auch noch nicht Was krass Der war teuer oder Der Mining Drill Ja Ja aber so effizient Das ist irre Okay Irre Einstein 500 Metal Und so ein Krims Krams Auf normalen Einstellungen Also der Plan wäre Wenn man hier hochkommt Machen wir hier eine wunderschöne Küche Und drumherum machen wir einen Gewechsel Das ist quasi die Idee Von dem wie das jetzt hier angelegt werden soll Vielleicht muss man verteilen auf die Öfen Ich werde das nicht verteilen Solange in einem noch was drin ist Was durchschmelzt Was ist denn genau Okay Dann muss ich jetzt So ist der innere Monk oder was Nee jetzt Passt Hä wenn Dann fülle ich einfach die nächste Ladung In den nächsten Ofen Und dann ist der auch Ja ja ne passt Okay dann muss ich jetzt leveln Wie mache ich jetzt drei Level Alpha Eifertüren und Nodes Also beim Äh In Asgard Bei dem Beacon Beim Bosporbeacon Ist ein Titano Wir brauchen ein Willwahn Jaaaaaah Bei dem Asgard Bei dem Beacon Ist ne Höhle Und da sind Lightning Wurranns Jaaaaaah Soll ich jetzt wirklich mal rüber gehen und schaue ob ich es schaffe da durch zu rennen Also rennen würde ich Jaaaaaah Die Lightning Wurrwarn die sind echt pain in the ass die sind richtig schwer Äh Aber wenn das sind sind da Nester in Bodenhöhe sodass der wirklich quasi durch rennen kann Was holen oder Meinst du in der Lightning Wurrwarn Schlucht In der Höhle oder was Romance ist ja Ne kannst du nicht das ist ne Schlucht und unten ist Wasser Und das ist so eng dass du da echt äh schwierig fliegen kannst Und äh mit deiner Federmaus würde ich auch nicht rein fliegen und der Blitz macht die Instrum kaputt Scheiße Okay wir müssen also erst andere Wurrwarn tame Ja ja aber du musst an den Wurrwarn wieder zurück vorbei das ist das Problem Und es gibt keine Ausweichmöglichkeit Also wir gehen erst rein Also ich mein wir hören erst andere Wurrwarn und dann töten wir anderen Wurrwarn Nein wir sind wir wir sind einfach so gut im Timing Dass wir beide rein fliegen Kappa Such mir irgendeinen Spot und starte den Teleport Und du holst Eier und fliegst perfekt so rein dass wir Das ist dir das ist der Plan Kann ich in God Mode gehen Unbeteiligt mich daneben stellen Einfach nur damit ich es im Stream habe und dabei zuschaue Ich glaube da hat niemand was dagegen Wenn du nur einen Damage kriegst wird der Teleport abgebrochen Der Plan ist großartig Jeden Blitze durch Riot Shields durch Ja Die ignorieren alles Ja Wie schnell Triggern Wurrwarns Weil ich kann mich ja dann theoretisch unsichtbar auf meine Fledermaus wieder setzen Nachdem ich den Teleport gestaltet habe Also Teleport ja Das schon Aber das Problem ist ja dass der Blitz Flächendamage macht der durchgeht Das heißt wenn du Wenn quasi Hans auf dich zufliegt Und du stehst dahinter unsichtbar Und der Wurrwarn schießt nach vorne Kann er euch beide treffen Ja das ist Das sind Kleinigkeiten Kleinigkeiten Die werden spontan Evaluiert wie man das macht Das klingt wundervoll Ja spontan klappt ja meistens Also ich habe vieles probiert Ich habe keine Lösung gefunden außer alle wegzusnacken Ja Mit dem Feuer geht es doch wahrscheinlich easy oder? Bitte? Mit dem Feuer geht es easy ja 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 Genau Dann holen wir doch erst Feuer Ganz ehrlich Ja die Blitzen echt sehr schwer Weil es ziemlich eng ist Ja aber warum nicht einfach Feuer holen? Also wo ist denn der Nachteil davon Wenn wir erst Feuer holen? Dass man mit Blitz besser Titan und Sauber so machen kann Ja aber Du holst dir Feuer Und mit Feuer tötest du die Blitz Fertig Wo ist meine Fledermaus schon wieder? Ich bin blind Oh wo ist die Gift? Das geht natürlich auch Ich bin Team Gift Kann man mit Gift andere Wiven ausknocken Oder ist Gift nur Damage? Gift ist PvP Gift tickt doch wie scheiße oder? Ja Ja wenn du mit einem Hit triffst bist du ins hinweg Also man darf halt nicht vergessen Ja du hast eine Gasmaske Aber die Gasmaske hält ja auch nicht so viel aus Das ist ja der gleiche Spaß wie mit diesen Hazard Dingern Dankeschön Eifer für den Prime Sub und ganz viel Spaß hier weiterhine Dankeschön Exitut für die 15 Monate Dankeschön Also ich würde euch einen Taming Cage bauen Für Damit wir Wirwernmilch abzapfen können wenn ihr wollt Ja aber Für erst mal ein Ei Danach können wir einen Taming Cage Ich wollte euch das nur anbieten Als Motivation Du kannst die netzen ne? Man kann die auch netzen einfach Was? Dieser Harpoon ist so dumm Ja dann ist ja easy Ja Genesis 2 hat halt gedacht Jo wir fügen einfach komplett OPen Shit ein Ja Ja es gab ja noch eine größere Netzkanone Damit konntest du alles tamen Auch Gigas konntest du mit einnetzen Die haben sie aber ganz schnell wieder rausgenommen Komisch Die Map kam raus Ich hab ein Blueprint gefunden Über 300 Mini Damage Ich hab mich so gefreut Am nächsten Tag war ein Update War mein Blueprint weg Ich dachte ne Scheiße Oh nein Die haben sie selber gemerkt Dass es Müll war Wenn du dann Titan vom Himmel holen kannst Ja mal Die Waren haben keine Haifischflosse auf dem Rücken Ne? Und diese Waren haben Also sie haben eine Flosse oben Ja darum ging es Ein Magmasaurus Ich hab vergessen Geh die mitzunehmen Och komm Also ist Wie heißt ist es da Wenn ich meine Hose ausziehe Out of context Lustige Aussagen Wenn ich meine Hose ausziehe 38 Grad Ich hab ne kleine Floppe Das sollte passen oder? Ja das passt auch Wir sind wahrscheinlich sowieso nicht besonders lange da Das Das Hier heißt Glied sich dies Was? Glied sich dies Ich glaube das ist es Wo ist denn das Zum Vulkan? Wir haben mittlerweile Zwei wilde Overse In unserer Burg rumlaufen Die niemandem gehören Könnt ihr bitte Irgendwas Was Fleisch frisst Breeden Äh Tamen Damit wir die nutzen Kannst du ja auch einfach tamen Und dann können wir sie Nein Weil ich keine Punkte habe Um Stimulantien zu lernen Ich hab schon geguckt Und deswegen kann ich leider Keinen Deswegen kann ich leider Keine Torte machen Deswegen hab ich mich ja vorhin beschwert Ah du bist da unten So Ja ich seh die Trench Ich seh die Böhrens Und all gestern ist die Trench da vor uns Ja das ist Das klassische Genau Was für ein Level hat denn der da hinten? Sollen wir mal testen Ob wir einen add one können? Ich liebe Sätze Die mit sollen wir mal testen anfangen Wir können auch einfach noch Ich sag mal Vier Ingame Stunden raten Das ist Das mein ich ernst Ich find diese Sätze extrem toll Weil das meistens heißt Dass ich was zum Lachen habe Wollen wir mal Klar Könnt ihr das ins Discord streamen? Dann mach ich ein kleines Mini-Fan-Style beim Stream an Und füllen wir das Discord ab Damit der Stream auch was zum Lachen hat Welche Taste wird nochmal unsichtbar? Willst du auf der Cam Oder willst du auf Discord streamen haben? Okay Die Zeit funktioniert das Was hast du nochmal unsichtbar auf? Rechtsklick gedrückt halten Gedrückt Aber das geht nur nachts und während du latschst Okay Ist da irgendwas brauchbares in dieser Schlucht? Darf man Tipps geben Wie man ganz gut ein paar Level machen kann Ohne großen Aufwand Sehe ich so aus Als hätte ich gerne einen Tipp Ist eine Fangfrage Schade Ich wollte gerade antworten Warum kann ich mich da nicht ranlatschen? Ach jetzt Ach das ist so ein Teil Das ist gar nicht das was ich möchte Das sind auf jeden Fall ein paar Wirbern Also willst du ausprobieren ob du ihn outrunnen kannst? Ich glaube ich würd's gleich machen Schaust du gerade ob du einen Vivern outrunnen kannst? Ja das wäre wichtig zu wissen für die ganze Aktion Ach ihr macht das wirklich? Ja Was? Ja 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 Also nicht nicht die Lightning über Aktion sondern erstmal einfach nur ganz normal Du willst ein Drachen outrun Was stimmt bei dir nicht? Hä? Du holst zu den Dracheneiern mit dem Gleiter Oh oh Das sieht nicht so gut aus muss ich sagen Du brennst Ja unter anderem das Aber dieser Hilfe weiß Du brennst Ich weiß nicht ob's dir aufgefallen ist Aber du brennst gerade Er hat abgelassen von dir Okay man kommt also weg Das ist schon mal sehr gut Ja aber die Agro ist viel länger gezogen Nee aber ich wollte gerade sagen Ja aber das reicht ja Nein Nein weil die Agro wenn du Wenn du ein Ei geklaut hast Oder ein Ei im Inventar hast Hält die Agro viel mehr als wenn du den nur nervst Korrekt Und dann korrekt verfolgt hier nur einer Da verfolgen nicht alle Ja das stimmt natürlich Das heißt du brennst nicht einmal Du brennst dann zweimal Das will ich sehen Ich will es sehen wie die Outruns Also ich guck dir das schon mal an Ich lass die Waffen noch zu Hause Blöde Frage Wie viel hat deine Fledermaus in Movement Speed Nein Weil meine hat nicht 100% Die müssten 137 oder sowas haben 166 hat meine Meine hat 136,5 Leider so fangen die schlechten Ideen an Blöde Frage Warum haben sie Movement Speed Step Macht das irgendwas Das ist die wahre Frage Hier sind Vidos Bist du jetzt aus dem Himmel geh...? Was? Ne ne ich 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 fülle mir raubt mein Leben wieder auf Ja und der Velo fängt gleich an auf dich zu schießen Das wird nicht funktionieren Ne ich bin bald schon weg Also das... Was? Wir sollten vielleicht das lieber mit nem Petri machen Und uns dann Und den opfern Und dann das Ei von der Reiche holen Kannst du es doch noch einfacher machen Du kannst dir einfach ein Fjordhawk tamen Das Ding in die Tasche stecken Und in die Lava springen Ja das ist natürlich die einfachste Option Vielleicht sollten wir das machen Und wir scouten jetzt aber überhaupt Da geschatte Eier sind Ja Das klingt actually wirklich ne anders machen Wenn ich ein Ei finde Du kannst es mitnehmen Oh je Meine Fledermaus ist so trash Und ich komm ja wohl aus der Trench raus Hahaha Famous last words Tatsächlich kann man die Firebirds ganz gut dodgen Mit der Fledermaus mit X und ZE Ey der Vogel hat manchmal sogar keine Lust Fische zu fangen ne Du und dieser fucking Vogel Okay ich hab ne Bitte Ich bin verzweifelt Kann mir jemand Stimulantien herstellen Ist bald wie wir zurück sind Geil Damit ich mir einen Trank brauen kann Mit dem ich alles vergessen kann Damit ich dann Stimulantien lernen kann Ne aber tatsächlich brauche ich Ich muss ein paar Sachen die ich gelernt habe die ich nicht mehr brauche Wegballern Ja wobei ich hab eigentlich nicht mehr doch die Steinwassersachen und Metallwassersachen kann ich alle vergessen weil ich den Beehive jetzt hab Das gibt mir viele Punkte Oh die Knoten hat Rache Das Problem ist halt so ein bisschen Wenn ich nach diesen Gewächshausdingern schaue Dass die glaube ich dieses Wandstück dieses Sealing Part das ich haben möchte haben die nicht Erhöht Imprint auf Movement Speed Erhöht Imprint auf Movement Speed Ja aber nur bei der Eule Bei den anderen Tieren nicht Warum haben wir eigentlich noch keine Eulen? Weil wir noch nicht getamed haben Das war's auch Streamen die beiden die gerade die Scheiße bauen Ne ne aber ich sorg dafür dass ihr es seht wenn sie damit anfangen Kein Ding Also ich bin jetzt bei nem Würfern ein Was soll das denn heißen? Ich schau mir mal an was für ein Level das hat Sehr schön Das ist halt also es wäre halt mega schön wenn ich hier so um die Ecke bauen könnte aber das können die Ceilings leider nicht Du kannst das nehmen und versuchen rauszukommen und alle Drachen mitnehmen Ich würde aber meine Filme muss eigentlich nicht umbringen Find ich understandable Aber Ich mag die eigentlich schon so ein bisschen Kann man eigentlich nach hinten schießen? Ne kann man nicht Aber mit der Fährungs kann man relativ schnell drehen oder? Du könntest dir aus der Base den Netzwerfer holen und dann alle einfach Alter das ist halt echt smart Du schießt einfach alle drunter Alle Würvern Am besten überm Wasser Nein nein nicht überm Wasser über die Lava die sterben Ja gut das geht natürlich auch Ja Können wir bitte einfach den Würvern Schluchf leeren Indem wir einfach alle Würvern in die Lava fallen lassen Ja Leute ihr bekommt ein Stream davon Bevor die Frage nochmal kommt Ja Das ist eigentlich halt zwar das könnte man halt wirklich machen Können wir Famous last words This is actually smart Bitte abspeichern Ich glaube ich lerne Grabsteine nach der Aktion Oh nein meine Funke geht wieder Landtiere jagen Diesmal sind es Dodos Es sind halt gerade gar nicht so viele Würvern in der Trench Gar nicht so viele Also das heißt ich könnte schon drei Spots abchecken ohne dass einen zu begegnen Oh da unten ist einer Gibt es bei einem Vulkan eigentlich Spinnen? Ja Ja Du hast auch so Mantisse die sehr ähnlich aussehen Wir Spinnen die bei mir zumindest Arachnophobia gecleatet haben Und tausend Füßler Du brennst Jaaa ich hab da vielleicht einen Würvern nicht gesehen Ein Oviraptor kann glaube ich kein Waiwan-Ei klauen Zumindest nicht auf ne Art und Weise wie er es überlebt Jaaa du bist echt nicht so schnell Cool ich hab jetzt zwei Dodos stattfische Ja Deswegen sollten die wahrscheinlich echt klären Er hat geswitcht Man muss an der Stelle halt auch sagen Leute Also es scheitert nicht daran Also wir wissen wie man Waiwan holt ne Also vielleicht auch nochmal für den Stream Diese Diskussionen die hier gerade losgetreten werden Haben nicht damit zu tun dass wir zu blöd sind Sondern damit zu tun dass Hans und Niki zu faul sind Um erst einfach gewisse Vorkehrungen zu treffen Damit man das Ganze auf ne normale Art und Weise macht Und deswegen überlegen wie sie Zeit sparen Und in dem Versuch Zeit zu sparen werden sie dreimal so lange brauchen Wie sie sonst gebraucht hätten Aber sie haben Spaß Aber sie haben Spaß Und potenziell zwei Fledermäuse weniger Und potenziell zwei Fledermäuse weniger Was at this point dann schon der Bereich ist über den ich gesprochen habe mit Sie sparen keine Zeit Die Fledermäuse ging aber echt fix Mh 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 Aber die Rieseneule war nicht so ein bisschen riesig, die war 300 Meter groß. So, like, kennst du die Eule von Avatar, die die Bibliothek bewacht? Ja. Die würde ich auf jeden Fall tellen, holy shit. Die ist doch nur gefühlt zwei Meter groß, die Eule aus Avatar. Ja, ne, die konnte auch größer werden, als sie dann angefangen hat, die zu jagen. Aber das sah bestimmt nur so aus, weil das alles kleine Kinder waren. Das ist ein Eulengeist, der kann so groß sein, wie er möchte. I don't know, gegen einen Fünfjährigen, okay, ich glaube, die waren ein bisschen älter in Avatar, aber sieht alles riesig aus. Auf jeden Fall hat ein Riesen-Axoloddle ein Riesen-Kokodil angegriffen. Das Axoloddle hat übrigens gewonnen. War mir nicht wie. Du brauchst mehr Schlaf. Das war mein Schlaf. Hä? Ich hatte echt Angst vor der Riesen-Axoloddle. Nicht da. Ich brauche mich da dran. Was ist das, was ich brauche? Kann ich irgendwie das Live-Leadschen effizienter machen? Das dauert halt ewig. Wie das Live-Leadschen? Live-Leadschen ist ja nur, um Blut zu bekommen. Ich heil mich damit gerade hoch. Kann man dem irgendwie sagen, man möchte keine Dodos oder nur Fische? Weiß nicht, hast du Blut? Der hat konsumiert, wenn er Schran bekommen hat, Blut. Und dann heilt er sich so ungefähr 2000. So, so nicht ins Hintergrund. Hat der Blut im Moment, ja. Achso, ja, ja. Nee, nee, ich hab gerade wirklich das Ding. In meinen Clown. Und das heilt den ja die ganze Zeit fünf pro Tag. Wieso legt sich mein Vogel denn jetzt mit nem Trike an? Diese Gespräche, ey. So, lecker. Skapion. Ja, ich mein, der Vogel übersetzt sich so ein bisschen. Dodos, okay. Das ist für Sauren auch okay. Aber ein Trike? 20.20 Uhr ist Nacht. Was ich an Gewächshäusern liebe. Die Tatsache, dadurch, dass ich das jetzt auf den Boden gelegt habe, um Ressourcen zu sparen, bedeutet auch, dass wir durch die Tür nicht mehr durchkommen. Wenn ich's zumache. Okay. Ich heule. Aber du kannst alles wieder pick up, ne? Ja, ja, ich weiß auch, dass das ist, während ich das baue. Also, mir war das von Anfang an klar, dass das das Problem sein wird. Okay. Aber ich ignoriere es bis jetzt noch sehr erfolgreich. My mind's telling me no. Und du wirst es bereuen. Hat my body. Ich hab ein 170er eigentlich vielleicht gleich. Ja, ich muss überlegen, ob ich da ein großes Dino-Tor dann reinbaue. Also, ich komm jetzt mit den Netzwerfern. Oder einfach, ja, weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Ja, ich muss kurz einmal... Obwohl, soll ich dir noch eine Pappbude mitbringen? Damit du auch schießen kannst? Nein, ich werde einfach abhauen und bewusst hinter mir herfliegen und Dinge hinter mir vom Himmel holen. Vor allem mit den Flittermausen kann man ja actually beim Fliegen schießen. Das wird actually nice. Ja, das meinte ich doch. Ja. Man kann zweit in den anderen Laufhaus. Ja, sonst wäre das echt ein bisschen painful. Wahrscheinlich schon vor Ort. Oder wir müssten jemanden in Krallen tragen, aber das wäre auch... Greifen Griffins in meiner Nähe mich an? Ja. Okay. Also, bist du am Anfang der Trench? Nee. Sie sind nicht ganz... Ich hab da ein bisschen zu viel Zeit verschwendet, sorry. You had one job. Ja, ja, es dauert nicht so lange. Oder so. Nein, das Problem ist nicht, dass die Wand falsch gesnappt ist. Das Problem ist, dass wir... dass ich mit anderen Snapping Points arbeite. also mit Snapping Points, die so nicht existieren. Oh Gott, da ist hier ein Hülfand auf dem Weg. Also, das Problem ist tatsächlich, dass diese Plattform von sich aus keine Snapping Points hat, nur hier auf der Seite. Soll ich den mal als Testobjekt benutzen? Und damit das genau an der Seite snappt, hab ich quasi von der Seite aus rüber gebaut, ineinander. Und wenn ich das aber von der Seite baue, dann kannst du nicht reingehen. Außer... Das ist schon ziemlich witzig. Außer ich mach eine Bodenfoundation. Das ist ein Snapping... Ja, ich hab grad kurz getestet, ob das gut klappt. Also das ist schon der höhere Snapping Point, den wir hier haben. Es hat liegt mit so einem Wirbern im Meer. Aber ich will halt kein Bodending bauen, weil wir brauchen kein Bodending für das, was wir machen. Das ist ein Gewächshaus. Ich spar mir halt Ressourcen, wenn ich da keinen Boden reinbaue. Gleich am Angang der Trench. Ich muss auch noch einmal kurz aussaugen. Okay. Sehr schlecht, weil ich schon unten in der Grundschlacht war. Zwei Türen übereinander. Aber das sieht halt scheiße aus. Wenn du die Sealing-Stadt-Foundation verwendest, dann muss ich trotzdem einen Boden bauen. Ich will keinen Boden haben. Das ist Ressourcenverschwendung. Wir haben nicht so viel Metall auf der Map. Ich könnte maximal mit Stein-Foundations bauen, um Ressourcen zu sparen. Aber auch das kommt mir dumm vor. Stein-Foundations auf eine Foundation zu setzen, ist ja auch, es wird dann ja auch so viel höher. Okay. Das ist nicht so gut. Aber... Jackie, wenn du noch einmal klugscheißt, das wirst du hier raus. Ich muss mal echt laufen, ohne Wüffern zu heute machen. Ja, genau. Hm. Okay. Also, ich hab's raus aus der Trench. Mit Ei? Das Ei liegt jetzt unten am Strand. Ja, ja. Ja. Hm. Wie machen wir das? Ne, komm mal dran. Wie viele Wurven sind da? Drei. Fans-Foundations wären eine Möglichkeit. Fans-Foundations wären eine gute Möglichkeit, um es ein bisschen zu erhöhen. Wo ist die drei? Nimmst das Ei und verpiss dich. Das müsste gehen, jawohl. Das könnte ich machen. Auf die Fans-Foundations, damit rauf. Das ist actually smart. Das Problem ist, dass wir dann über das Meer fliegen, ist natürlich immer so eine Sache. Wenn dann irgendeiner hinterherkommt. Das ist smart. Ich kann versuchen, alle drei umzubringen. Was soll ich denn umbringen? Bist du... Bist du denn das Lebensmittel? Ich kann jetzt auch einfach mit meinem Petrano drin. Ja, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Haben die Fans nicht dieselbe Schwachstelle? Achso, ich hätte jetzt echt fast, um die Labe zu schließen. Weil ich einfach die Tür nicht auf eine Fans-Foundation stelle, sondern mit den Wänden daneben snappe. Dann habe ich überall eine Fans-Foundation, außer da, wo die Tür ist. Und dann komme ich bei der Tür eventuell durch. Ja, dann mache ich das schnell. Meistens kassiere ich halt doch ein bisschen dafür. Das ist ein zu großer Höhenunterschied. Ja, holt die auf dich. Whitey. Richtig das Ei holen, glaube ich schon, ja. Ja, aber du sollst ja sie vom Himmel schießen und dann das Ei holen. Ja. Ich bin bloß nicht so zielsicher auf größere Entfernung mit dem Ding. Meinst du bist nicht so zielsicher? Das heißt, am besten Akkus zu dir, die fliegen dir in die Fresse und du schießt sie dann einfach ab. Ich will die Ressourcen nicht so krass verschwenden, Checker. Das ist eine Ressourcengeschichte. Wir haben noch nicht so viele Ressourcen übrig, damit ich für sowas... Also, das mache ich nachher bei den aufwendigeren Bauprojekten. Aber ich brauche jetzt einfach mal etwas, was effizient funktioniert, ohne 30.000 Ressourcen zu kosten. Während wir gerade noch andere Dinge brauchen. Das ist der letzte. Das ist übrigens behindert, so zu fliegen. Das habe ich auch, glaube ich. Ja, first person. Das habe ich das noch nicht gemacht. Gut. Wo liegt deine Leiche? Was ist die nächste Frage? Okay, das heißt, wir probieren jetzt einmal, probieren wir das Stone Ceiling aus. Wo liegt deine Leiche? Und einmal probieren wir Fans. Am Strand liegt gerade einer, der genetzt ist. Soll ich dir einfach killen? Ich nehme mal einfach nur eine Stein... Ich kann die auch noch nicht. Ich habe nur die Holz gelernt. Das ist jetzt nicht das Erste. Dann probieren wir es mal mit Holz und gucken, ob es geht. Ich hasse dieses Spiel manchmal. Soll ich gleich kommen? Mein P-dreh ist gleich... EI! Das gibt mir richtig gut XP, by the way. Alter, ich wurde von einer Spinne eingemetzt. Und bin deswegen nicht von mir aber weggekommen. Aber wo ist das dein Leiche gewesen? Äh, siehst du den anderen? Ist in dem... Ist in deiner Leiche schon ein Weibern-Ei? Jaja. Oh. Hm. Aber ich habe jetzt auch keinen Pedraladon mehr. Die für ein Fisch, den ich nicht abbauen kann. Ach, das Ding snap da nicht. Die Town Foundation snap da nicht. Also die ist da, die Leiche, oder was? Ja, also die ist jetzt das ist auch scheiße. Damit könnte ich es auch einfach freisetzen. Ich wollte halt den Snapping Point haben, aber wenn es nicht snappt, dann kann ich da ja... Das muss ich machen, damit die sich heilt. Die komische Fledermaus. Die Schadensspiel kriegen. Heil dich, du hast Blut. Kann ich die Force finden mit Blut? Alter, ich bin ja so... Das sind halt ganz komische Snap Points. Die hat mega viel Blut, aber... Und nicht viel Leben. Das sind ganz komische Snap Points, wenn wir das so machen. Welcher ist dein Pedraladon, Lukas? Petra. Gönn dir. Ich... Ich... Ich exploite es bloß mal kurz. Die da hinten sind ein bisschen zu close aufeinander, aber der da oben... Der will doch, du... Oh Gott. Petra da... Ich hasse, First Person Fliegen. Hab ich das schon mal erwähnt? Ja, ich meine, sowas gehört zu haben. Ich hab keine Ahnung, wo ich auf einem fliege, wo er übern ist. Ähm... Ich fühl mich da nicht raus. Das ist der Perspektive. Gleich fliege ich runter. Gleichfallig. Hab ich grad ernsthaft verfehlt. Wow. Oh. Geht's aber, oder? Sehr gut. Der ist im Wasser. Gut. Ja, wo war dein Leiche? Hm... Bin gleich wieder da. Ich zeig dir... Warum fliegt denn Wurvern gerade straight in den Himmel? Frag einfach nicht. Ist das besser, oder? Der wird halt safe Agro noch raus, wenn wir mit dem Albi über das Meer fliegen. Ja. Ich glaub, das ist der erste, mit dem ich rumgetreut hab. Ist das deine Leiche? Hab ich deine Leiche gefunden? Mhm. Benutz mal das Omnitool zum Transferieren, wenn du kannst. Äh, das würde ich voraussetzen, dass ich ein Omnitool hab. Alter, weiß in einen Baum rein, dann hast du ein Thedge. Ja. Und dann hast du noch Omnitool. Ach, nee. Mach ich doch auch schon, Probitest. Das ist ungünstig gut. Was denn? Äh, meine Fledermaus wird von einem Arthropleura angegriffen. Aber Arthropleura sind eher weak. Ich werde von Wurvern angegriffen. Etwas hoff ich einfach, dass das nicht passiert. Bei mir. Ich hab keine Ausdauer mehr. Hier ist ein Wurvern. Hast du den grad hergezogen? Ich hab gar nichts gemacht gerade. Ich bin nicht bei dem Ding. Fuck, 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 fuck. Okay, ich bin tot. Leute, ihr seid Genies. Aber du oder deine Fledermaus? Das müsste jetzt eigentlich so gerade sein, wie es irgendwie geht. ihr seid fucking Genies. Und jetzt kann ich auf dem Ding snappen, oder? Du hast meinen Petra genommen oder einen anderen? Ich hab Petra genommen. Ist das jetzt höher? Aber der snappt nicht auf dem Zaun, oder? Okay. Das ist ein Wurvern. Aber das, aber das snappt jetzt auf dem Zaun. Aber ich komm dann trotzdem nicht durch, oder? Und der blaue Biegen müsste irgendwo rumfliegen. Boah, das müssen wir jetzt ausprobieren, ob das dann funktioniert. Wenn ich jetzt quasi das hier so hinsetze. Ach, komm. Ist erstmal egal, in welche Richtung das gedreht ist. Definitiv nicht. Jetzt reißt er mir sicher die Tür ab, wenn ich das wegnehme. Boah. Ja, du bist so weit. Fans Foundation. Nein! So da nicht. Also possibly hab ich sie. Und dann lege ich darüber eine und komm durch. Yes! Yes! Geil! Mit den Fans Foundation kriegen wir's hin. dass dein Pedralo-Bed aufgeht. Geil! Ja! Danke für die Tipps. Ich hab deine Fliegemaus verloren. Verloren im Sinne von... Wenn mir nochmal irgendjemand in meinem Leben sagt, dass ich ein ARC-Anfänger bin, dann werde ich dieser Person einen Mittelfinger zeigen und erklären, dass ich jetzt weiß, wie man mit Fans Foundations eigentlich gute Häuser ohne Boden Foundations baut, bei denen man durch Türen gehen kann, ohne hängen zu bleiben. Ich hasse mein Leben. Also sie ist, glaube ich, nicht gestorben. Ich weiß aber auch nicht, wo sie ist. Such dir immer noch das Ei. Nein, die fliegt der Maus. Ach so. Möchtest du meine nehmen, um die andere zu suchen? Nein, ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie. Ihr geht's gut. Oder einigermaßen gut. Sie lebt. Definieren wir es mal lieber so. Ich weiß nämlich absolut nicht, wie viel Leben sie hat. Ja, ne? Also... 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 Ich würd sagen, Lucky, müssen sie kurz rein und... Ich will... eigentlich hier nirgends landen. Ja, okay. Ja, da fliegt zurück. Die hat das auch gut. Oh Gott. Lucky me. Okay. Mein Chat hat gerade gefragt, ob ich schon grob weiß, wie lange wir heute spielen. Ja. Ja ist die Antwort. Also heute auf jeden Fall. Ja, wir spielen heute auf jeden Fall, genau. Ja, heute... Ich hab mir nicht vor, heute aufzuhören zu spielen. Ich sag es mal so. Ich bin dumm so. Bis der Server wieder restarted, ne? Ja, aber das ist ja nicht mehr heute. Das ist ja schon morgen. Schwierig ist es. Das heißt, heute hab ich nicht vorzuhören. Ich muss zwischendrin kurz. Weil du dich für ein anderes Spiel verabredet hast? Ja. Fehler wurden begangen. Ist okay. Deswegen musste ich auch so ein bisschen schmunzeln, als du gesagt hast, dass du nächste Woche nicht mehr so intensiv spielen wirst, wie diese Woche. Und ich mir einfach gedacht habe, Holla, mach doch nicht schon wieder jetzt Behauptungen, die du nicht halten kannst. Also je nachdem halt, ne? So. Wie je nachdem. Na, was so zu tun ist und... Ja, keine Ahnung. Sehr gut. Du bist zurück? Sehr schön. Warum ist kein Blut in deiner Fliedermaus? Bist du lebensmüde? Da war Blut drin. Ich glaub, deswegen lebt die noch. Weißt du, wie lange die Einschränkungen in Würde gefaltet hat? Ich hab's halt gerne so ein bisschen länglich. Also so mit diesen drei Dingern. Das heißt, ich müsste die hier einmal eins weiter nach links versetzen. Oh nein, nein, nein. Sagen wir es mal so. Aber dann wird das knapper. Wie heißen diese Dinge? Aber ich hätte... Weil das wird mir hier sonst mit dem... Das geht sich hier sonst nicht aus, wenn ihr versteht, was ich meine. Also die Idee wäre zu sagen, man kommt... Wenn man hier so hochkommt und in die Küche reingehen kann direkt, ist halt aber auch geil, ne? Boah. Ich hab ein Stück... Also ich hab halt die Möglichkeit, entweder hier oder hier das Glashaus zu bauen. Aber das ist mir halt zu eng. Und das Problem ist aber, dass wir dann da hinten... Ich hab mir das selbe Ding, aber... Gibt es so ein... So ein Dreier-Dachteil vom Gewächshaus? Das gibt es nicht, ne? Dass wir dann um die Ecke bauen können. Wir können nur der Länge nachbauen. Gibt es das beim Gewächshaus auch? Also Lukas, wie schlimm ist es, wenn dein Petran oder... Triangle. Nicht so schlimm, actually. Ist das das Ding hier? Das muss reichen. Aber auch schief um die Ecke? Also wenn ich... Ich möchte ja nicht mit den Geraden arbeiten. Ich arbeite ja... Ich arbeite ja mit dem schiefen Dach. Ich bräuchte quasi... Also ich... Also nicht mal... Kann ich alles außer dem Rivernei einmal holen? Kann ich bitte ein bisschen schneller holen. Und außerdem das Rivernei-Töten ist, glaube ich, eigentlich relativ effizient zum Leveln. Ja, wenn du sagst, es ist worth die runterzuschießen und dann zu töten einfach. Ja, sowas. Genau, aber das Greenhouse-Roof. Ja, ja. Funktioniert. Und ich meine, man macht auch ganz okay Damage. Das brauchen wir. Wahrscheinlich. Aber... Wenn wir... wenn wir hier so um die Ecke bauen... Äh... Flirmaus. Die hat wenigstens eine Chance, wegzukommen mit dem A-G. Dann müsste das andersrum sein. Also es müsste unten spitz sein und nach oben ausgehen. Weiß ich nicht, ob es das gibt. Und dann der Flirmaus ist genauso viel... Oder kann man das drehen mit F-Plus mittlerweile? Die snappen dann so. safe, dass das geht? Alter, wie lange braucht die denn zum Heilen? Kann ich dir irgendwie sagen, dass das... Geil. Geil, geil, geil. Das heißt, ich lege jetzt quasi hier... das so hin. Also wie, 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 wie sage ich meiner Fledermaus, dass sie das machen sollen? Und bau das... Gewächshaus so richtig schön um die Ecke. Mach die Automate. Rein. Aber das hat dann eine sehr komische Form. Aber es wäre auch cool. Aber es hätte eine sehr komische Form. Weiß ich nicht, ob wir das wollen. Die Frage ist, glaube ich, auch so ein bisschen... Wollen wir... Hm. Ich habe einen neuen Plan. Ich habe dauernd... Ich habe dauernd neue Pläne. Wenn mir das ein bisschen zu schief ist. Oh, dann soll ich Live-Stil ausschalten. Macht das irgendwie einen Unterschied? So. Okay. Ich habe die eine noch absichtlich hier gelassen, damit ich quasi sehe, wie es davor war. Aber ich möchte was anderes ausprobieren. Mit irgendwas, was irgendwas töten kann. Ich brauche einen anderen Fokus. Wir haben hier halt so ein paar Spinnen und Mantris. Ja, ja, die Plattform hat Snap-Punkte. Aber die sind zu tief versetzt. Auf my way. Hilf dir aber, es ist zwar nicht für Live, aber... Das Problem hatten wir zuerst. Dann kannst du... Dann kannst du nicht durch die Tür durchgehen. Wenn du keine doppelte Tür da baust. Und doppelte Türen sind hässlich. Deswegen arbeiten wir ein bisschen anders. Ein bisschen komplizierter. Aber dafür können wir dann unsere Tür benutzen. Whip. Fuck it. Das war mal moving. Also... Kann man ein Prime-Fisch-Meat auch kochen? Ja. Das ist ja irgendwas zum Snacken. Noice. Okay, dann kann ich dir was Gutes tun. Ich habe Fisch gesammelt. Und habe jetzt außer Orta nichts mehr zu tun. Mich. Weinen lassen. Okay. Nicht so viel weinen. Ich habe dir übrigens eine Squad-Stream-Einladung geschickt. Die würde ich annehmen. Okay. Du könntest ein Mistimulant-Zieren bauen. Ach ja. Sorry. Alles gut. Das wäre mega cool. Das würde mir mega helfen. Ich weine gerade. Ich habe ganz vergessen, wie viel Spaß es mit Clip-Plattformen Spaß macht, zu arbeiten. Bauen in Ack macht allgemein sehr viel Spaß. Okay. Ich muss nämlich einmal gucken, wie diese Triangle-Scheiße geht. Oh Gott, die funktionieren in halben Tagen nicht. Wie viele brauchst du denn? Ich müsste mir einmal so einen Trank des Vergessens brauen. Den findet man in... Also wenn du mir einen von denen machen könntest, wäre das mega geil. Dann kann ich meine Engramme alle neu verteilen. Ich muss nämlich einmal dieses Glas-Triangle-Dach bauen. Warum habe ich das Ganze nicht einfach einmal aus Stroh vorgebaut? Dann hätte ich nicht so Stress. Nein. Den Trank macht von wo? Beim Kochtopf? Beim Kochtopf, genau. Ich kann bestätigen, die Lava ist one-hit. Ich bin gerade auszusehen mit dem Möbeling über den Berg gehopst und dahinter war Lava. Plopp, weg. Scheiße. Ah, ist das ärgerlich. Oh Mann. Ich bin... Wo bist du? In der Trench. In meinem Blut. Ich weiß nicht, wo dein Blut ist. Mein Witz ist nicht okay. Aber ich bin auch in der Trench. Ist das blöd, dass das auch zu der Treppe nicht ganz passend ist? Also sollte ich eigentlich die ganze Plattform nochmal bewegen, damit das mit der Treppe parallel ist? Das ist der Loot, oder? Nee, nee, nee. Das ist der hier. Hier ist der Loot. Aber was liegt denn hier für Loot? Alter Petran oder so? Ähm. Ja, das ist mein Alltag. Ah, nee, das ist das, was ich gerade gedacht habe. Das ist halt die Frage. Ähm, mein Loot liegt hier. Die Burg ist von der Meer... Okay. Kannst du einmal hier gucken, dass ich einmal kurz fluchen kann und Sachen töten? Hier ist doch gar nichts. Ja, im Wasser sind Spinnen. Achso. Ah! Und da kommt eine Schlange von rechts, sagt er. Geht's deinem Blut? Gut. Äh, so seh' mich. Seh' mich. Kannst den Anthropäure auch wegziehen, weil du machst dich dann selber... Ja. Ich zieh' ihn jetzt weg. Und dann verpiss' dich einfach. Äh, der hat sich was gehockswechselt. Sorry. Ach, er ist tot. Okay. Dann... Da ist das Ei nämlich drin. Und das werd' ich mir jetzt nehmen und dann... ...beten. Drei, zwei, eins. Bye! Wieso holt er immer noch Feuerstein und keine Stein? Das sieht sehr, sehr gut aus. Was für die andere... Das andere Klopp-Wettel wir benutzen. Die Axt. Nein! Ich bin doof. Wir haben 170er Wolverinei. Wir haben keine Feuersteine mehr. Wir haben... Wir haben was? Wir haben keine Feuersteine mehr. Nein, nicht das. Das ist mir egal. Das andere. Wir haben 170er Wolverinei. Und es ist nur ein Petra, und dann und eine Federmostel wird draufgegeben. Digga, ihr seid insane! Aber ich baue doch gerade das Gewächshaus und nicht die Breeding-Kammer. Ich bin nicht so schnell. Ja, also das mit dem... Das mit dem Wolverinei schon... ...ist echt ziemlich einfach. Kein Netzwerfer. Ja. Das stimmt. Wenn du Firestones heulen möchtest, toller, musst du mit der Spitzhacke auf Steine schlagen. Ja, genau. Haben wir keinen Dödi? Wenn du keinen gerollt hast, gerade noch keinen, nein. Also wir haben aber Ankylo. Ankylo ist aber useless für Schweiß, oder? Nee, Ankylo ist... Ankylo ist ja kein Feuerstein. Ankylo ist so Feuerstein, oder? Ankylo ist auch ein Ankylo. Du bist aber raus. Dann wissen wir uns. So. ich habe nicht genau bis hier geschafft zu fliegen war genau dann auch nur auf also den petrador und schafft es genau mit mit seiner ausdauer bis zu unserer base zu fliegen der perfektionist in mir hat getriggert und reißt jetzt die gesamte sache noch mal ab weil es nicht ganz parallel zu den treppen ist ich hasse mich selbst bevor die frage kommt schon so als du gesagt hast ja mal gucken wie lang es mich nicht stört ich habe ich habe schon überlegt so ja ja wenn die mitspieler ein schon besser kennen zwar wohl nicht unser erstes gemeinsames projekt ich habe nur darauf gewartet dass ich kann das kann ich das drehen vom snapping point ich kann das nicht drehen vom snapping point ich genau so hier rein ich könnte das maximal noch so bauen aber so ist es dann auch nicht ist es so ich bin so dass ich meine weile weg was für weg was anderes machen penny es sei denn man es mit leuten verabredet es kommt nicht so gut ja ja man muss ja auch zuverlässig sein dann lädt dich ja niemand mehr zu irgendwas ein wenn du dann absagst auf einmal deswegen lädt mich auch niemand mehr zu irgendwas ein das ist eine lüge ich werde immer noch zu dingen eingeladen aber es war einfach viel zu verlockend um genau das zu antworten nein ich habe es nicht abgerissen dann wäre es ja kaputt ich habe es aufgehoben ich habe keine ressourcen verschwendet ich habe nur gemerkt dass das nicht so ist wie ich brauche um glücklich zu sein ich finde es ist schön umschrieben es war nur nicht ganz so wie es sein muss damit ich glücklich bin ja es ist doch so ja mhm okay und dann bin ich jetzt weg jawoll tschö 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 Wenn die Fledermaus-Unterhof ein drauf geht, ja. Ich hab noch Schopps im Ruiden. Ja. Was haben wir gerade? Für was haben wir gerade? Achso, darf. So wäre es halt komplett asymmetrisch. Aber asymmetrisch, also noch asymmetrischer ist vielleicht besser für mich, weil dann ist es intended asymmetrisch und dann macht es mich nicht aggressiv. Wie wenn das so halb ist, wie davor. Aber ich muss jetzt halt gucken, ob ich das, ob mich das glücklich macht. Du bist so froh, dass ich keine Flinte habe. Das macht mich nicht glücklich. Du nützt es doch voll aus, dass ich gerade die Lava geplumpst bin. Aber ich hab eine Idee. Was ist das, wenn ich das? Ich will die Leiter nicht aufheben. Ich will die Leiter nicht aufheben. Ich will die Leiter nicht aufheben. Ich will... Ich will die Leiter aufheben? Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Aber so ist halt auch wieder extrem schief, oder? Ich will die Leiter nicht aufheben. No. Es ist perfekt. Nein, es ist nicht perfekt. Es ist schief. Warum slowst du das nicht? Dauernst du die nicht einfach, dass sie auf einer Höhe sind? Dann machst du Stein-Foundation. Dann siehst du da nichts mehr davon. Weil es nicht parallel ist. Also ich möchte da so ein... Also ich möchte da schon so ein modernes Gebäude hinsetzen haben. Also das würde mich schon happy machen. Aber ich will halt, dass es auch zur Foundation... Aber eigentlich... Aber du hast doch eine Mod dafür. Ich hab eine Watt. Du hast doch eine Mod, um die erste Foundation zu setzen, um auszurichten, genau. Aber doch nicht mit der Treppe. Sowieso, du kannst dich doch so ausrichten, wie du es am besten möchtest. Ja, aber das ist ja trotzdem minimal schief dann zur Treppe. Mit der Treppe? Ja. Aber die Treppe kannst du auch an der Foundation setzen. Oder an der Ceiling. Und lässt es ein Stück rübergucken. Nee, mir geht es um den Aufstieg von der Burg. Ich kann nicht an der Burg snappen, weil die Burg ja... Und deswegen versuche ich, andere Snapping-Punkte zu finden, an denen ich arbeite. Aber eigentlich ist das stupid. Eigentlich könnte ich einfach... Das ist absolut korrekt. Eigentlich könnte ich mir mein Leben leichter machen. Eigentlich. Aber es wäre ja zu einfach. Den könnte es ja jeder. Ja, es wäre zu einfach, wenn ich es einfach nach Augenmaß setzen würde. True. Ich weiß nur immer noch nicht, ob ich es höher haben möchte oder nicht. Also ob ich einen direkten... Wichtig einen direkten Übergang haben. Oder möchte ich, dass man so eine Treppe... So wie so ein Absatz runter geht. Das weiß ich einfach immer noch nicht. Ich könnte die ganze Burg abreißen. Das ist eine gute Idee, Chad. Ich helfe dir dabei. Sehr schön. Ja, wenn ich das per Augenmaß setze, wird es wahrscheinlich sogar gerader, als wenn ich das versuche, über die Snapping-Points zu machen. Das ist wahr. Im Stego kann ich nicht hochheben, ne? Mit was? Die Frage ist nicht, kann ich was hochheben? Die Frage ist, mit was kann ich was... Einen Stego? Einen Stego? Ne. Glaub nicht. Also jetzt mit dem Ei schon, wenn es dann groß ist. Ich grühe den jetzt rein und hole dann Beeren. Aber wir haben leider keine Stims mehr. Es braucht verdammt viele Stimmbären und alles mögliche für diese ganzen Stimulantien. Warum habe ich das nicht einfach über Augenmaß gesetzt vorher? Ich meine, das ist ein bisschen schief gerade, aber das kann ich ja gleich nochmal neu setzen. Aber ist es schief? Ich schaue nicht hin und sage pauschal ja. Es ist schief, ja. Es ist ein bisschen schief, aber wir setzen das vom Vogel aus, dann wird das gerade. Das ist ja süß. Ja, danke auf jeden Fall für den Tipp. Ich hätte, glaube ich, noch zwei Stunden gebraucht. Ich weiß nicht, warum ich das so überkompliziert habe. Ich hätte es auch einfach per Augenmaß setzen können. Ja, Pia, sehr gut. Was du auch machen kannst, du kannst so erst Fans Foundation an der Treppe langsetzen. Dann bist du auf jeden Fall gerade. Ja, aber die Fans Foundations kriege ich nicht richtig an die Treppe gerade gesetzt. Dann mache ich das, also dann triggere ich mich das Todes. Ich arbeite schon mit Fans Foundations, aber die Treppe ist nicht gerade. Das ist das Problem. Die hat diese Unebenheiten und das macht es dann vom Augenmaß her unfassbar schwer, das zu sehen. Ja, die Steine sind ein bisschen doof gesetzt, ne? Ja. Deswegen laufen wir mit K gerade dann einfach darüber quasi. Mal schauen. Die Steine sind so langsam. Aber die stärksten Tiere mit. Ja, vor allem seid jetzt im Update, das ist crazy. Ja, Mann. Tanky as fuck. Und nice zum Bärenfarmen, ist schon richtig, aber... Ich bin da reingeflogen, ne, reingelaufen mit einem Andrew und bin einfach fast verreckt an dem Stil geworden und war so what the fuck. Ja, wegen dem Drain. Verdrückt mir die Daumen, dass ich jetzt nicht Schlusi 145 am Bären finde. Aber mit einem Bronto, mit einem Bronto haben wir auf Ragnaröp tatsächlich Bären gefahren. Das war auch ätzend. Ich hasse Brontos. Aber immer, immer diesen Berg hoch und den Berg wieder runter. Ich hasse Bronto. Ich sehe das mal, wenn dieser scheiß Bronto schlägt, leckt der ganze Server. Ja, Mann. Da habe ich auf dem Bronto aber sehr sicher gefühlt, weil du so weit oben bist, so weit weg von den bösen Gemeinden. Ja, aber mit einem Stego bist du sicherer als mit einem Bronto. Ja, wahrscheinlich. Aber das Gefühl, Pia, das Gefühl. Kann mein Vogel nicht rückwärts gehen? Nein. Nein, Mann. Oh, nein! Das ist auch so ein Ding, weißt du, die Fledermaus, die kann alles, die kann rückwärts, hoch, runter, die Sixties, aber rückwärts fliegen. Nö. Ich glaube, jetzt müssen wir rückwärts laufen, so. Ah. Ich bin ständig heut indisch. Niemand kann da das beantworten. Mach das ruhig, mach das ruhig. Indisch klingt aber geil. Ist das gerade? Oh Gott, ich fang gleich an zu weinen. Hallo, Mr. Melvin. Das ist safe gerade, oder? Ist das gerade? Das kannst nur du beantworten. Das ist gerade. Bist du dir sicher? Also es ist parallel, aber versetzt. Aber es ist parallel. Das ist schon mal ein Start. Kann ich mit dem Stego und Bronto fertig machen? Aber das versetzt sein ist nicht schlimm, weil wir sowieso einen weiter reingehen. Kann man was mit dem? Mit dem Stego und Bronto? Mit dem Stego und Bronto? Ja. Kommt doch das Level drauf an halt. Just do it. 25. Ja, easy. Ich habe ihn aus Versehen angeswanzt. Angeschwanzt. Angeschwanzt klingt, das würdest du was Illegales machen. Ja, das könnte man als sexuelle Belästigung vielleicht durchgehen lassen. Deswegen. Und do it. Lieber Chat, bitte schwanz keine Leute an. Nee, an nur Brontos. Eben war das vorhin nochmal Busch anschwanzen für zwei Bären und sowas. Das ist Bronto anschwanzen. Leute. Warum Holla keinen Schwanz haben sollte? Weil er sich einfach Dinge anschwanzt. Wir brauchen doch noch nicht. Mob zurück. Das geht nicht. Ich habe keine Ausdauer. Okay, damit bin ich zufrieden. Ich schaue das jetzt einfach gar nicht weiter. Ich darf einfach nur nicht von oben drauf zufliegen. Dann sehe ich das gar nicht, wenn es schief ist. Aber damit bin ich zufrieden. Ja, ja, damit bin ich jetzt zufrieden. Okay. Das sind Dinge, die man nur in Ordnung sagt. Die komplette Burg mit Metall. Bitte? Einfach die komplette Burg mit Metall umbüllen. Und dann ist eh alles gratis. So, und jetzt fangen wir mit dem lustigen Teil wieder an. Das Glashaus. Ja, wir freuen uns. Ich hasse mein Leben. So, wenn ich das jetzt richtig mir gemerkt habe, dann muss ich bei den Snap Points, wenn diese Ceilings funktionieren sollen, die den Winkel nehmen, die die Foundation hat. Nicht den, den der Zaun macht, nicht den, den der Zaun macht oder andersrum. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Hast du was für Winkel? Ich brauche ein Level, dann kann ich das ausprobieren. Aber mir fehlt ein Level. von der Plattform, nicht vom Fans. Okay. Und das ist safe, Leute. Ey, wo bist du hin? Ich will 20, Junge. Nee, ich mache das nicht in der Ego-Perspektive, weil es für mich schwerer ist, das zu besetzen. Lieber jahrelanger Arc-Spieler. Ich bin selber jahrelange Arc-Spielerin und ich mache das absichtlich nicht aus der Ego-Perspektive, weil es mich in den Wahnsinn treibt. 135 muss reichen für den Mach-Shots. Ja, aber du verteilst mit dem Schwanz so richtige Bitch-Snaps, ne? So, bam, Rückhand. Feuer in vorne. Feuer in vorne. Okay. Ich mag die Animation. Wie macht der? Wie macht der, Stego? Ich habe jetzt übrigens einen Stego und einen Bronte, mit dem ich mich angelegt habe. Sie leben beide noch. Alter, Holla. Hey, mein Stego hat aber auch noch voll hart was ein. Ich glaube, wir müssen sie einfach auf den Giga setzen. Oh, jetzt ist da noch ein Biber. Ja, aber Giga ist gefährlich. Die können im Rätschen. Mann, ich bin hier weggemummt. Ach, warum... Aber schwänztest du den Bronte auch? Ja, der hat mich zuerst angeschwanzt. Ja, der hat auch einen längeren, ne? Ist so. Der ist ein bisschen größer. No. Mir bringt eure Aussage tatsächlich nur leider gar nichts, mit was ich nehme. Weil ich kann nicht über die Plattform snappen. Das funktioniert nicht. Weil der Fens nicht mit der Plattform snappt. Aber wir brauchen den Fens, weil wenn ich über die Plattform die Wand snappe, dann können wir durch die Tür nicht durchgehen. Außer ich baue eine Doppeltür, was ich ja vermeiden möchte. Das heißt, es bringt mir nichts, in einem Achteck zu bauen dann. Du kannst auch die Fens setzen und dann die Tür draufsetzen, drumherum die Walls bauen und dann die Fens drunter wegnehmen. Ja, das ist der Plan. Das ist der Plan von allem. Aber es geht darum, dass ich quasi das Gewächshaus so wie das Plateau ist, um diese Ecke in diesem Achteck bauen möchte. Vergiss es, vergiss es. Kriegst du die 300% nicht rein. Sieht zwar schick aus, aber 300%... Klar, du hast ja diese Glasdinger, die du reinpacken kannst in die Ecken. Ja, aber wenn die übereinander stacken, ist es verbuggt. Funktioniert nicht immer. Dann bleibt unten Müll stehen. Ich hab das nur... Die haben die 1 zu 1 das gleiche, was du da gerade baust auf dem anderen Server. Nein. Das funktioniert einfach nicht. Also nicht um die Ecke bauen. Nein. Aber du kannst es nicht supporten von den Bauteilen, von den Strukturen, die es gibt. Scheiße. Das ist scheiße. Damit ist der ganze Plan, den wir hatten, jetzt erstmal hinfällig. Chat. Ne, Fans snappt nicht am Rand der Plattform, leider. Aber das ist nicht das Problem. Das kriegst du hin. Also du kriegst einen, kriegst du schön hingesetzt. Aber wenn du dann um die Ecke baust, kriegst du die Fans nicht mehr schön hingesetzt, weil die dann nicht mehr miteinander snappen und dann hast du einen Spalt zwischen den Wänden. Auch wenn du sie auf den Fans draufsetzt, zählst dann, wie man da gerade sagte, nicht als Gebäude. Das ist leider so. Das ist echt blöd. Gut, dann brauchen wir Kompromisslösungen. Ich hasse das Wort Kompromiss, wenn es um den Bezug von Bauen geht und Schönbauen. Wir bauen eigentlich schon ein zweimal zwei Gewächshaus in die Mitte. Nein. Und dann baust du da rum und schon ein Gewächshaus. Deswegen baue ich und nicht du. Nein. Was man dann von außen sieht. Nein. Lassen wir über Haie reden. Da habe ich heute Morgen so lange gesucht nach dem 135er Mairwing und ich versenke ihn einfach instant in die Lava. Jetzt beautiful. Ja, ich habe der Schluse nachgemacht. Das hat sie am Tag zweimal gemacht. Zweimal. Dann habe ich durch den Lava-Pfeil. Da hat sie gesagt, juhu, ich lebe. Zwei Sekunden später. Und einmal auch so, wie ich es gerade gemacht habe. Keine Stamina und einfach Flachkörper in die Lava. Puff. Richtig gut. Richtig gut. Ach, bei Mairwing ist das nicht so schlimm. Die Dinger tames du, Razzia, Fazzia, Neuer. Du musst ja aber welche finden. Die sind einfach nur Dings, ne? Was denn? Äh, auch einfach nur, wie heißt's, äh, Knockout-Tim. Ja, genau. Einfach kurz mit dem Netz anschießen. Drei, vier Pfeile in den Kopf. Und ist es gut. Wir sehen. Ich schmeiß da fünf Kibbel reinhassen. Gleitest du auf Gewicht und kannst du mit richtig viel durch die Gegend schleppen. Und bis tausendmal schneller als ein Agentar ist. Äh, äh. Ich glaube, das ist sogar eins mit der schnellsten Tiere aus dem Spiel. Ja, der Agentarwässe ist es nicht. Nee. Aber ich liebe Agentarwässe trotzdem so, ne? Also ich finde die trotzdem so ideal, einfach so vielseitig nutzbar. Und auch so schön. Das sind auch so Tiere, wo Breeden Spaß macht, weil die Ergebnisse einfach nice sind. Und es gibt so Viecher, wo ich mir denke, boah, egal, was für Farben du hast, du bist einfach hässlich. Bipedog. Nein. Bipedogs sind zumindest cute. Hallo, Maywing. Ja, wo? Ja, wo ist das? Das ist das? Ja, wo ist das? Ah, wo ist das? Ja, wo ist das? Ich bin es. Ja. Das ist das? Packst ein paar Blutkonserven rein, dann soll der auch wohl überleben. Hoffentlich. Oder auch nicht. Okay, ich glaube, ich habe es jetzt so, wie ich es haben möchte. Oh Gott. Nicht die große Plattform. Ist auch so eine nice Cave hier, ne? Nicht die große Plattform. Nicht die große Plattform. Oh nein. Zwei. Drei. Eins, zwei. Drei. Vier. Guck mal, da kriegen wir sogar ein Fünfer rein. Da kriegen wir sogar eine richtig große. Bist du schon so sehr im Spiel? Bist du schon so sehr im Spiel? Du denkst, ja komm, wir bauen gleich mal die Forge. Ja, stecken. Da sind noch 14 Level zwischen. Mir hat gerade der Flyer das Leben gerettet beim Bauen auf der Plattform. Ja. Sehr nice. Ich bin gar nicht runtergefallen. Das würde einem professionellen Spieler niemals passieren. Hans, danke nochmal für den, du bist nicht da, aber danke für den Kleider. Der hätte mich einfach nur, also ich wäre einfach nur RIP gewesen. Aber von der Größe mit dem Greenhouse-Effekt ist nicht so schlimm, wenn es groß ist, oder? Das Gebäude, also wenn es in sich geschlossen ist und als Gebäude funktioniert. Eigentlich nicht. Geil. Was geht hier eigentlich auf dem Server hier ab? Warum haben wir ab Level 75 Tech-Strukturen? Ab Level 72. Ab Level 70 gibts schon Tech. Ab. Ist das nicht der ganze S-Plus-Kram, die man eh erst lernen kann, wenn man... Nevermind. Siehst du es auch? Warum kann man das lernen? Warum kann man Tech-Teaching-Post und Tech-All-Prom lernen und so? Du kannst sie, glaube ich, trotzdem nicht bauen, wenn du die andere Seite, also das andere nicht hast. Hitch-Impost schon, aber Tech-Foundation waren noch nie bei Level 70. Interessant. Aber die kannst du auch nicht lernen ohne das normale... Dankeschön, Colora, für den Prime-Sub und ganz viel Spaß weiterhin. Dankeschön, dankeschön. Das war, glaube ich, immer schon so komisch bei S-Plus, dass das so komisch angezeigt ist. Der Pfeil für die Tür muss aus dem Gebäude raus zeigen, ne? Nicht rein. Ich hab noch nie drauf geachtet. Gut. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ich glaube, das kann man gut sehen, wenn man Holz baut. Wo es rauscht, aber auch von innen nach außen. Die Richtung der Wände ist egal für die Funktionalität, sagt Chat, okay. Dann schauen wir uns jetzt gleich mal an, wie das mit den Decken dann aussieht, je nachdem, wie es gedreht ist. Naja, du sollst aber in einer Richtung bleiben halt, ne? Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay, das... So, ich hab, ich kann dir fast den Trank des Vergessens brauchen. Dankeschön. Finde, nur noch, hör nach, ach nee, das war die Suppe der Erleuchtung. Ja. Der Redwood ist so toll, ne? Sagte er, mit einem Therabort am Arsch. Ich fand den echt, ich find den echt schön. Und hier ist es halt so gemacht, dass die Tiakuleos nicht mehr an den Bäume hängen. Das ist cool, das ist actually cool. Das war ja, auf Ragnarok war das immer Pain. Bist du nachts durchgeflogen, aber... On Drip. Ja. Falsch, immer ein Schwert in der Hand. Yeah. Ah, so macht man Chibis. Ich weiß jetzt, wie man ein Chibi-CV bekommt. Dann einfach bei der S-Plus-Gun den Mode of Chibify umdähen. Bei Dino. Dann kann man einen seiner Dinos zu einem Chibi machen. Mhm. Weißt du, wir könnten irgendein... Ich find Scheinhorn. Wo sind unsere Kack-Scheinhorns? Sind die nicht schon Chibis? Hui, ich bin da. Dieser Gleiter ist alles, was ich jemals wollte in meinem Leben und mehr. Muss jetzt jeder... Nein, ich bin nicht müde. Also, nee. Ich hab nicht so viel geschlafen, aber ich bin nicht müde. Es gibt für mich einfach keinen Grund, mich über das Building-System aufzuregen. Also, ich kenn das ja. Das ist ja nicht das erste Mal, dass ich baue. Wenn du in Ark Spaß am Bauen hast, dann musst du, glaub ich, so ein bisschen masochistisch veranlagt sein. Oh, ja. Das ist richtig. Ja, ich hab da was für dich. Will ich das? Du bist davon weggelaufen. Äh, geht's um den Trank? Nee, Quatsch. Ich hab was anderes verlässt. Ist es gemein? Müsst du denn jetzt hingerannt? Ich bin an der gleichen... Nein. 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 Nein, das... Ich hasse dieses Spiel. Was ist das? Like, was... Was soll das sein? Das ist das mit dem Innen und Außen. Dann passen die Abstände nicht mehr zueinander. Ich hasse alles in meinem Leben. Aber ich hab da wohl ein bisschen Silikon und Bauschaum für dich. Hast du es grad einfach hingeworfen? Ja. Dankeschön. Da, 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 da. Okay. Könnt ihr euch daran erinnern, als ich vorgeschlagen habe, dass wir es mit dem Glass House bauen und nicht mit dem Metall Glass, damit wir Ressourcen sparen, damit mein, mein Team nicht so viel farmen muss? Ich erinnere mich. Ich hasse mich selbst dafür. Ich hätte euch farmen lassen sollen. Was? Ja. Ich schluse alle Schafe weggenommen. Ich hab hier gestern Abend einen Spot gezeigt, wo Schafe sind. Hier sind keine mehr da. Echt jetzt? Ich sag den Leuten schon die ganze Zeit, dass wir wirklich dringend unsere Schafe in der Base nutzen sollten. Aber, ähm, was soll ich sagen? Brauchst du einen Schaf? Wir haben welche über. Also du kannst dir actually wirklich eins holen bei uns. Wir haben zwei wilde Oberste bei uns in der Burg, die im Kreis laufen. Ich flieg nicht einfach an eine fremde Base. Nein, 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 das mach ich nicht. Ich flieg meinen Scheiß schon selber. Ich kann's dir vor die Bär Space stellen, wenn dir das hilft. Dann schieß ich ab. Wenn du es danach verhabenst, dann ist das okay. Also das ist wirklich kein Problem. Ne, ich muss das nur finden. Oh, shit. Nur die grauen Gehirnzehörner hier anschmeißen. Hä, was ist auf der rechten Seite falsch gesetzt? Eventuell ist hier gerade Incest passiert. Was für Incest? Eventuell hat Otter 2 sich mit Otter 1 gepaart. Mal wieder. Mal wieder. Ach ne, warte, es kann Incest, es kann Incest, Otter, Otter ohne Zahl ist Bär Incest gewesen. Oh nein. Pass doch, muss doch Incest sein, wenn du breeden möchtest, dann arg. Ja, aber das ist Schmutzotter und Schmutzotter. Ich wollte nicht, dass sie sich nochmal packen. Schmutzotter, was sind das für Aussagen? Das sind Schmutzotter. Ja. Ja, lässt sich gar nicht nicht versetzen auf der anderen Seite. Warum? Weil mein guter Order ist im Kühlschrank. Nein, das ist mir egal, was mit dem Order ist. Ich hab hier andere Probleme. Aber ich fahr auch noch ein gutes Weibchen. Ich geh mal jetzt ein Weibchen besuchen. Ne, das landet hier draußen. Warum landet das hier? Du kannst es auf e-switchen. Ja, ja, das mach ich auch. Dann dreht sich's aber nur, aber es nimmt halt trotzdem den... Ah, okay. Ich glaub, die Fans ist falsch gesetzt. Oder? Hast du noch was von mir pieren? Ich glaube... Äh, nee, nee, ich bin... Ich bin mein Gehirn... Ich muss mit meinem Gehirn gerade arbeiten. Okay. Das ist grad ne andere... Ich muss gucken, ob ich ein Fansproblem habe. Ich hab gehört gerade, wie du eh gesagt hast und dann eh gedrückt. Womöglich war ich auch immer da, bis es mit in der Luft ist. Was hast du? Niki, Alter. Bitte mach nicht alles, was ich sage. Ich hatte auch nicht so viel Schlaf heute, ist das okay. Ah, Gott, ey, ich bin gerade rückwärts runtergejumped. Also ich hab ausgeschlafen. Ich auch. Weil ich mir dachte, fit werd ich um einiges besser in Ark abschneiden als unfit. Aber ich bin auch eh schon nicht so gut in Ark, da fällt das mehr auf. Warum lässt er mich das nicht auf das obere Ding platzieren? Das ist das andere Problem, das wir haben. Ich glaube... Ich glaube, ich muss die Dinge anders... Ja, ja, ich weiß, dass die Wand nach innen zeigt. Das ist ja auch grad Absicht, weil wir ne Lücke haben, wenn wir das... Aber ich glaube, ich habe ein anderes Problem. Ich glaube, ich muss die Fenster neu setzen und nicht die Wand nach innen drehen. Ich glaube, die Wand nach innen drehen löst mein Problem nicht. Wieso ist eigentlich immer Nacht, wenn ich losflieg? Oder gerade, es wird Nacht? Das... Gucken wir mal, ob wir heute nen guten weiblichen Otter finden. Laughing in pain. Oh mein Gott, ich kann's nicht bauen, mir fehlt Faser. Eigentlich ist Ark purer Schmerz, oder? Ja. Okay. Aber guter Schmerz. Wie tätowieren? Man macht's immer wieder. Wieso habe ich zu wenig Fasern? Brecher. Na weh. Wenn das so gesetzt ist, snippt er so. Das bedeutet für mich, ich muss diese Dinge alle in die andere Richtung snappen lassen, oder? Warum sind da drei Alus neben der... Und dann müsste er drinnen snappen. Ja, das ist das Problem. Und jetzt muss ich das... Ja. Ich muss die ganzen Fins Foundations neu setzen. Okay. Das ist okay. Das ist kein kompletter Weltuntergang. Ich habe gute Laune, mir geht's super. Aber... Schön, dass du das einredest. Ja, dieses Bausystem ist einfach der Höhepunkt meines Lebens. Ja. Es macht sehr viel Spaß, alles. Spiel Ark, haben sie gesagt. Ark macht Spaß, haben sie gesagt. Ja, haben sie mir auch gesagt. Warte, hast du mir das nicht sogar gesagt? Ich liebe Ark. Aber manchmal tut's weh. Hm, hm, hm. Hm, hm. Hä, es sind keine Otter respawned. Ich habe gestern vier Otter hier im Teich umgebracht. Also natürlich nicht, aber... Hm. Aber ich habe das Problem rausgefunden. Also es ist alles fein. Es ist nicht der Fehler von dem Bausystem. Ähm, es ist mein Fehler, dass ich dieses unfassbar gut durchdachte Bausystem einfach nicht verstanden habe. Also... Das ist das Problem. Ähm... Aber jetzt verstehe ich es. Ich werde eine Ark-Bausystem-Sekte gründen. Und wir werden das einfach anbeten und ihm Dinge opfern, in der Hoffnung, dass es uns dann wohlgesinnt ist. Das ist alles perfectly fine. Also, mein Doc, wie funktioniert das? Wenn ich den Moshops dann Blut reingehe und schmeiße und der den Moshops dann nimmt. Ja. Braucht er den dann auch, wenn er zehn Blut konsumiert hat? Oder... Ne, das ist... Das ist random, gehe ich von aus. Äh, der droppt dann auf jeden Fall. Aber halt, äh... Moment. Ähm... Er droppt den, ja? Dann war das einfach. Das macht er ein paar Mal. Oder wie, was meinst du jetzt genau? Ja genau, und dann steigt die Taming Effectiveness und... Genau, dann gehst du dran und lässt dich einmal grabben. Dann siehst du, wie tief die runter geht. Und das machst du... Lässt du die ganze Zeit über 100 Prozent. Bist du, äh... Machst du die ganze Zeit, bis du über 100 Prozent bist. Immer beim Wechsel. Okay. Okay. Ich bin einfach ein fucking Genius. Ist so? Ist so. Mein Dach hat kein Loch mehr. Nice. Nachdem ich da war, mit sich die Kuh gearbeitet habe. Nein! Nein! Nein, nicht das Glashaus! Nimm alle, nimm Holla! Nimm alle weg! Warum ich? Hey, ich hab grad jemanden rausgeschmissen. Ich bleib. Hast du, 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 du? Und du sagst, dass du wollen mich nehmen! Sein Junk. Alter, Mosa! Geh weg! Wo liegt Hans? Warum werden wir eins kommen, Hans? Das war ein Joke. Ja. Es macht Spaß. Wenn dieses Glashaus danach keine Efficiency haben sollte, würde ich den Server wipen. Machst du bitte nicht. Ich werde jetzt den Paint durchstehenden Max Levin Fledermausse. Es ist so bescheuert, ne? Es snappt wirklich überall, nur nicht da, wo du willst. Hast du's grad gesehen im Stream? Ja. Es ist einfach so sündlos, ne? Es war richtig, du drückst drauf, plopp. Okay. Das ist immer so. Aber die Frage ist, müsste ich nicht eigentlich diese Fenster, dieses schiefe Dach, müsste ich als eins reinversetzen können, glaube ich. Wenn ich das richtig snappe. Damit das quasi nicht so komisch drauf liegt. Das müsste ja eigentlich jetzt gehen. Ne, das lässt sich nur nach links und nach rechts verschieben. Das wird der nächste Spaß werden. Welcher von den Snap-Punkten das dann ist, den wir da brauchen. Ob der hintere oder der vordere. Setz aber beide, dann bist du auf der Sicherungseite. Ich freu mich schon. Gibt es Mods, die das Bausystem vielleicht noch verbessern? Das sind die Mods, die das Bausystem verbessern. Das ist schon das gute Bausystem. Ich will mich gar nicht beschweren. Ohne S-Plus willst du nicht bauen. Ohne S-Plus willst du nicht bauen. Hab mein Kumpel, als er frech wurde, an einen Giga verfüttert. Kann ich Pia irgendwann an einen Giga verfüttern? Ja, klar. Natürlich kannst du das machen. Das Problem ist nur, dass, wenn ich mich daran erinnere, wie deine Ag-Experience die letzten Tage war, die Wahrscheinlichkeit, dass du das danach bereust, weil ich dich fertig machen werde, sehr groß ist. Ja, kann ich mir vorstellen. Aber sonst, ja, auf jeden Fall. Kann ich mir bei Maddox irgendwie Schutz erkaufen von dir? Wenn du dir bei Maddox Schutz erkaufst, werde ich erstmal ein Gegenangebot bei Maddox stellen und bessere Ressourcen anbieten. Und wenn das nicht funktioniert, gehe ich Coyote anbetteln. Das ist der Mensch, der mir Argenfall gebracht hat. Aber es gibt keinen Schutz, ist schon die perfekt sympathische Antwort. Was ist Schutz? Hilfe, bitte helfen Sie mir. Hilfe, bitte helfen Sie mir. Hilfe, bitte helfen Sie mir. Ach, großartig. Okay, aus irgendeinem Grund kann ich oben bei der Anzeige, wie viele Sachen ich pullen möchte, nur noch eins reinschreiben. Ja, ich hatte eben auch übelstes Problem mit dem Pull-Ding. Jut, Jut. Ähm, ich wollte mehr als eins, aber eins ist okay. Mit Numpet, aber es müsste doch so auch gehen. Egal, ich wollte gerade sagen, ich mache es doch seit zwei Tagen nicht mit Numpet, das sollte doch gehen. Aber Arck lehrt uns, dass etwas, was zwei Tage ohne Numpet geht, am dritten Tag nicht mehr ohne Numpet geht. Also, wie konnte ich jemals nachfragen? Jetzt habe ich nicht gezählt, wie viel ich noch brauche. Oh, scheiße. Geil. Meine Oma hat immer gesagt, wer es nicht im Kopf hat, hat es an den Beinen. Ah, ich habe meine Caps-Lock-Taste aktiviert, das war sogar meine Schuld. Guckst du mal. Arck kann gar nichts dafür. Ich habe den grünen Streifen wieder ausgemacht. Welchen? Nee, ich habe den nicht. Nee, nee, schon gut. Alles gut. Hallöchen. Hallo. Oh Gott, ich muss mich ein bisschen leiser drehen. Oh Gott. Du hast alles gut, du hast ein intensives lautes Hallöchen da gelassen. Und da hatten wir gerade, wenn du in einen Rex reinläufst, wird das sehr laut für alle werden. Wenn du so reagierst, wie wir alle. Das könnte sein, das stimmt. Bist du schon auf dem Server? Ja, ich habe hier ein kleines Häuschen gebaut. Geil. Schließt du dich uns an oder baust du für dich? Sehr, sehr gerne. Aber ich wollte erstmal so die Grundlagen, dass ich nicht komplett nackt zu euch rüberrennen muss. Kann es das auch bei uns im Drive? Der ist auch noch komplett nackt nach zwei Tagen. Oh nein. Aber gerne, so wie du möchtest. Wir sind bei der großen Burg. Der großen Burg in der Mitte. Wenn du die genauen Dinge haben möchtest, dann... Äh... Unser Desmedodus. Des... Irgendein Desmedus. Das warte ich. Ist das geplant? Ja, ja, alles gut. Okay. Die Frage ist auch sehr cool. Ist das geplant, dass das Tier stirbt? Ja, ja. Zwei von denen, zwei von denen. Jawoll. Gott, dieser Flyer ist einfach sowas Tolles. Ja, ja. Ist mega schön. Den wollte ich eigentlich gar nicht tamen. Der hat mich nur gegriffen und mich dann einmal leergesagt und dann war es auf einmal meiner. Der 25er? Ja. Du warst nie gewünscht. Stirb wieder. Die Cryo-Sickness, ne? Ich vergesse sie immer wieder. Ja. Same. So. Was hat noch gefehlt? Eine Tür hat gefehlt. Und was war das letzte Ding, was mir gefehlt hat? Ich glaub, das war's. Unser erstes Glashaus ist jetzt gleich fertig. Noch drei weitere, die gebaut werden müssen. Ach, ich werd mich erschießen. Oh Gott. Warum hab ich gesagt, ich mach das? Gibt es ein Copy-Paste-Tool bei ARK, wo man sagt, dieses Gebäude für diese Ressourcen bitte hier nochmal kopieren? Hä? Ich möchte das gleiche Gebäude einfach nochmal daneben setzen. Wobei drei brauchen wir gar nicht, aber eine zweite wäre noch cool auf jeden Fall. Also ich lass mich auch gerne abholen, das hätte ich auch kein Problem. Wo bist du denn? Ich bin da, wie erklärt man das? Auf der Süd, 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 Süd westlichen Insel, dieser Südwestteil. Ja. Und da der Nordstrand. Da wo auch leicht... Moment kann ich das nicht sagen. Da ist unsere alte Base wahrscheinlich auch dort. Genau. Ich hab hier von euch Strukturen entdeckt. Perfekt. Bist du dort gerade in der Nähe, Niki? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich bin in der Desmo-Höhle. Gut. Dann geh ich ganz kurz Pipi machen und komm dir dann entgegen, Lena, und hol dich ab. Lieb, danke schön. Bitte. Was hast du heute gemacht? Ich hab drei Glashäuser gebaut. Ja. Weißt du, was schön ist? Wenn du dir einen Vogel züchtest, der dir Fisch holen soll... Und er dir Dodos bringt? Na? Nee, nee. Wenn du deinen Otterzählen gehen willst und die Otter und die Fische nur ganz unten in diesem See sind. Sodass der Vogel dir den Fisch nicht rauszieht, weil die zu tief sind. Holla findet Probleme in ARC, bei denen ich nicht mal wusste, dass sie existieren können. Ich bin gleich wieder da. Was fühlst duии zu sein? Wenn du diesen Dew Titeln dannst lindo hast, mit welchen Bleib Jon für'sgeschehen. Ich will nichts gerne bei dir den Fisch da, mit welchen Fail!